Herzlich Willkommen zu Silent Hill 2, die fünfte Nacht. Langsam habe ich Bock, das Spiel durchzuspielen. Ich glaube, so lange dauert es nicht mehr, aber noch lang genug. Das Spiel wird nämlich immer intensiver. Ich habe gestern jemand anderem dabei zugeguckt und da ist mir aufgefallen, wie langweilig das Spiel am Anfang ist. Wie lange es dauert, bis das Spiel so richtig krass abgeht. Weil jetzt ist ja nur noch Schlag auf Schlag. Creepy, crazy. Das war eine Fleischwand, ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir mit dieser Fleischwand machen müssen. Ich spiele jetzt weiter. Ist oft zu entspielen, dass in der Mitte so ein Schatten ist. Aber ich glaube, umso weiter das weggeht, desto weniger würde man den Schatten sehen. Egal. Let's go. Wir haben letztes Mal einen Daddy besiegt, ein Daddy-Gemälde. Ein Daddy-Gemälde hat alle meine Munition gefressen. Deswegen vermute ich jetzt stark, dass jetzt einfach ewig lang hier Ruhe ist und ich gar keine Munition brauche. Das wäre ziemlich gemein. Ich kann nur runter. Ich kann nur runter. Ne, da ist keine Tür. Ne, da ist keine Tür. Muss ich doch andersrum drehen. Ich muss es so drehen, dass ich durch das Haus gehen kann zu dieser oberen Stelle. Also da muss ein Loch sein. Also da muss ein Loch sein. Sheet. Gimmi Que. Okay, ich mache jetzt Que aus. Ich merke schon. Wie geht das? Die Flote ist ein. Nichts. Die FloteDIX. Die Flote-Jap. Jetzt ist es anders. Und jetzt ist da das Symbol. Das ist richtig. Pack doch nicht die Waffe weg, James. Das ist richtig. Das ist ein sauekliges, lautes Geräusch von einem Viech. Heute kommen mehr von diesen Zwangsjacken. Von der Decke runter baumeln oder so. Ja, da baumelt schon was. War das nicht ein Boss? Ich brauche irgendwie ein Messer oder eine Axt, um dieses Fleischbündel runter zu holen. Und da ist ja irgendwas drin. Ja, da ist ja etwas drin. Schuss, 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 Schuss. Ist der jetzt ernsthaft ein Gegner? Oh, das sind die Ich hab's doch gesagt Ja, ich hab Wie soll ich denn dem ausweichen, wenn er mich einfach Paralysiert Wie, wo, was, was, wie denn Ich will nicht schießen Ich hab nichts zum Schießen Und vor allem ist hier nichts Okay, wir folgen dem Blut Wir folgen dem Blut Oh, sind die nervig Ich mag's hier nicht Ich mach das Gefängnis am Anfang auch nicht Gott, ich bin im Arsch Hier gibt's jetzt aber keine Hosen So ein Bullshit Es reicht Ich hätte nichts dagegen, wenn sie jetzt einfach sagen würden Okay Der Typ ist weit genug gekommen Wir lassen jetzt die Gegner von ganz am Anfang weg Einfach, weil wir haben genug Gegner Wir lassen die Hosen weg einfach Boom, Hose Okay, wir lassen die Hose Okay, wir lassen das irgendwie Was war das und warum war das? Ja, James, fast wieder ins dreckige, schleimige Loch. Fetischist. Ist das jetzt gerade eigentlich ein Gegner, der da reingekommen ist durch die Tür? Feuerzeug dort. Weak. Achso. Das ist weak. Was war jetzt hier? Oh, das ist doch... Ja, ich bin aber gar nicht da. Wo denn? Hier. Kann ich da drauf schießen? Ball runter. Okay, das ist doch ein bisschen lang, um das bei jedem zu machen. War ich eigentlich eine Karte? Ich habe eine Karte. Äh... Vorne rechts. Lauf, 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 lauf. Oh. Gott, Gott, wer? Oh, oh mein Gott. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Nein, tschüss. Nein, tschüss. Hallo. Hallo. Komm her. Hallo, roter Jay. Ja, James. James hat ein Messer. Konzentration. Dein Ernst? Ich habe nicht schnell genug A gedrückt. Ich will immer... Ich finde es komisch, dass... Wenn mich was packt... Dann muss ich ganz schnell X drücken. Aber mein Reflex ist es, ganz schnell angreifend zu drücken, natürlich. Aber man muss ganz schnell X drücken. Und es wurde auch nur einmal einem erklärt. Und es wird wie nie wieder angezeigt. Oh, das ist okay. Wir machen einfach nochmal alles. War ich hier überhaupt? Ich war hier gar nicht. Ey. Wie zu. Das ist da, wo ich gerade war und gestorben bin. Wo, 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 wo? Ist das nur ein Rückweg? Jetzt kann ich nur ein Rückweg sein. Das ist nur ein Rückweg. Nee, da war was. Da ist ein Weg. Eieiei. Äh. Ich gucke jetzt. Was muss ich machen? Das war woanders, Mann. Ja, wie die random angreifen. Neun. Ist das ne richtige? Ja. Ich gucke. Säge sein. Ich wusste, ich wollte es gar nicht aussprechen, weil ich dann wieder blöd dastehe. Wenn ich sage, hier ist doch bestimmt keine Hose. Was? Noch eine. Ich kann mich so gut an diese Gitter, Viecher, Zwangsjacken erinnern. Aber ich weiß auch, dass ich die im Original einfach gar nicht bekämpft habe. Weil es so umständlich ist. Wenn ich jetzt... Ich könnte wahrscheinlich einfach eine Schrotplante draufschießen, dann würde das Ding abstürzen. Aber ich habe keine. Oh nie. Hat jemand schon das neue Mario Kart ausprobiert? Äh, Mario Party. Neues Mario Kart ausprobiert irgendjemand? Jamboree. Ich habe ein paar Streams heute angeschaut. Ein bisschen verwirrt war ich, was da abgeht. Hallo Dingo, dankeschön. Dankeschön für den Raid, Dingo. Hallo, Bella. Das ist jetzt nicht so Bombe. Und was machst du das aus? Ich meine, da muss ja eins drin sein, oder? Kind? Einfach nur Guh. Genau. Steck deine Hand rein, wie immer. Dingo, was geht? Was gab's? Wir chillen mit Resident Evil 2. Äh, Scheiße, Mann. Es ist verzwickt und zugenäht. Silent Hill 2. So, jetzt die Tür ist zu. Oder aufgemalt. Diese aufgemalt, die Tür. Was ist das für ein Roadrunner-Witz hier? Auch Silent Hill 2. Seid ihr weiter als ich? Ich will doch nicht spoilern. Wobei, ich finde, man kann jetzt nicht so spoilern. Außer du siehst jetzt das Ende oder so. Ich kenne das Spiel ja schon. Ich kann nicht wirklich gespoilert werden. Außer vielleicht so, wie gut haben sie es geändert? Bist leicht weiter? Okay. Kannst du diese 20-Järten auch nicht ausstehen? Einfach durch. Einfach durch. So, vorne, rechts. Nicht schreien. Nicht schreien. Auch die Krankschwestern mögen mich nicht. Finde ich cool. Ich finde sogar die Hosen cool. Richtig asozial sind die Springhosen im Gefängnis. Die waren die Spinnenhosen. Eigentlich sind das ja Mannequins. Aber, öh. Die Hosen, die sind so gemein. Und dass du immer noch keine Ecke dich umdrehen kannst, ohne zu überprüfen, ob da eine steht. Das haben sie so gut gemacht, wie die Hosen sich verstecken können. Ich bin dafür, dass ich mich ducken kann vor dem Streit. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht, mich... Ich schaff's nicht, den auszureichen. Nein! Du musst warten, bis das Geräusch von dem Gitter kommt. Und dann musst du ausweichen. Ich bin gerade ersthaft den gleichen Weg zurückgelaufen. Hä? Oh, la, 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 la. Wie hab ich das denn gemacht? Okay. Ich bin nicht den gleichen Weg zurückgelaufen. Und das ist ein Kreis gewesen. Okay. Dann gehen wir jetzt da nach rechts. Aber ich glaube, das ist nicht der Weg. Nope. Was ist da? Schrei. Schrei. Da komm ich nicht durch. Aber hier... Ruh, zack, buh. Ruh, zack, buh. Hab ich hier gesagt, dass... Hier hab ich das gesagt, gell? Ich hoffe, keine Hosen kommen mehr, hab ich hier gesagt. Und dann war eine da. Ja, wie hab ich das gesagt? Da war die Hose. Man ist nie sicher, ja. Ich find das... Ich find das Spiel auch wirklich sehr gut. Sie haben es sehr gut modernisiert. Wo? Hä? Ich dachte, die ist da. Sie hinter mir. Die ist hinter mir gewesen. Wir müssen uns wieder beruhigen. Wir sind viel zu aufgeregt. James. Wie, keine Hose mehr. Was ziehen wir jetzt an? Ich wünsche, es gäbe keine Hosen mehr. Keine Angst, wir haben genug Hosen zur Auswahl. Hier war... Hier hab ich das rausgeholt. Und dann war die Krankenschwester um die Ecke, die mich umgebracht hat, mit einem Stich. Ich glaube, wir brauchen drei Sachen, oder? Brauchen wir jetzt nicht noch einen Zündstein? Es gibt ja, glaube ich, noch einen Weg, oder? Ja, wir gehen jetzt diesen Rundweg. Mal schauen. Ich glaube, das ist ein... ...fetter war. Ich glaube, das ist ein... ...den habe ich vorhin besiegt. Den habe ich vorhin besiegt. Wenn du es richtig timest, dann geht das alles. Aber die Panik. Die Panik. Was macht man denn mit der Panik in der Zeit? Oh, oh. Oh, oh. Zack. Boom. Tschin. Zack. Boom. Tschin. Zack. Boom. Tschin. Er hat mich vorhin überrascht. Da ist die Prennenschlüssel drin. Alles gut. Und das ist der Kreis. Yes. Okay, dann ist jetzt hier bei der Krankenschwester, wo ich draufgegangen bin, noch wahrscheinlich ein Zündstein. Und alles ist gut. Krankenschwester, los. I am ready. So halt nicht, ne? Schlüssel. Hm, damit kann ich kein Feuer machen. Wie mache ich denn mit einem Schlüsselfeuer MacGyver? Dann gehe ich zu dieser Tür, die da noch frei war. Okay. Was ist eigentlich da, wo es noch nach oben geht? Da war ich nicht. Ah, ne, noch nicht. Jetzt. Ah, wir folgen dem Blut. Ist das richtig? Ein Fallschwung. Ich glaube, es ist egal, worum ich gehe. Boom, ching, woo. Nee, 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 nee. Das ist zwar ein Schatten. Da habe ich schon Angst vor Schatten. Ah, hier ist der Schlüssel. Ja, ich bin perfekt gegangen. Ein Bad. Wie schön. Immer diese Flüssigkeiten, in die er rein relangen muss. Rein fummeln muss. Der ist ein bisschen heiß, gell? Aber das schaffen wir schon. Wie? Ernsthaft, du machst jetzt ein Rückzieher? Ich meine... I guess... Es ist heiß und unangenehm. Ich bin einfach nur hier, um das heiße Wasser jetzt auszustellen. Okay. Zum Glück sind es Käfern keine Spinnen. Sonst wäre das wirklich schlimm für mich, ja? Und das Wasser hier ist nicht heiß. Oder habe ich quasi kaltes Wasser jetzt hinzugefügt? Okay, und wie geht dadurch die Badewanne kaputt? Das ist jetzt aber super nass. Na gut. Gut. Ich kann mich da an diesen Fleischbündel noch erinnern. Aber ich weiß nicht mehr, was da drin war. Aber wahrscheinlich einfach der Schlüssel, um hier raus zu gehen. Wobei ich gar nicht weiß, wo man hier raus soll. Wahrscheinlich da, wo ich noch nicht war, oben. Als ob ich das nicht mit meinen Händen lösen könnte. Nein. Ich muss es anzünden. Du alter Pyro. Als ob das... Okay, ich muss wieder durch den... Müssen wir durch den Boden springen. Pyro-Technik. Keine Ahnung, was der macht. Er hat irgendwie gesagt, er ist Büro-Techniker. Das greift an. Niemals. Hüpf. Boin, boin. Das mit dem Büro-Techniker ist wirklich eine echte Geschichte. Ein Kumpel hat das gesagt. War ein krasses Feuerwerk am Marienplatz. Und dann sagt er, ich frag mal, was der studiert hat. Dass der so coole Feuerwerke machen kann mitten in der Stadt. Also ist dann da hingegangen. Zu dem, der das ganze Feuerwerk gemacht hat. Und dann kam er ganz verwirrt zurück. Leute, keine Ahnung. Der hat gesagt, er ist Büro-Techniker. Das ist nicht nur ein Witz. Das ist eine erste, ernste Geschichte, die passiert ist. Keine Ahnung, was der macht. Der hat irgendwie gesagt, er ist Büro-Techniker. Moment, wir sind im Kreis gegangen. Oh mein Gott, das ist alles im Kreis. Und jetzt? Und jetzt ist die Fleischwand weg? Oder bis, hä? Also hier macht alles gar keinen Sinn mehr. Ich bin jetzt ein Stockwerk nach unten gefallen. Und jetzt? Da ist sie drin. Ist jetzt hier was anders? Sieht so aus. Ah, jetzt ist der, nee. Der Weg da oben ist weg. Das heißt, ich kann jetzt woanders lang gehen. Schauen wir mal zu Maria. Vielleicht erzählt sie uns was Cooles jetzt. Das ist wie Parkettboden, Parkettboden, ja. Ich hab doch gesagt Parkett und nicht Parkett. Cool. Ich suche jetzt den Kopf. Ich weiß gar nicht, welchen Kopf ich suche. Ich kann das gleich probieren, aber das wäre zu einfach. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich schätze mal, dass ich durch muss. Aber hier ist... Oh, hier, aber... Warte mal, hier? Oh, das ist neu. Oh, aber hier ist einfach nur geiles Zeug. Okay. Hab ich das vorhin nicht gesehen. Vorhin war es nicht da. Warte, 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 warte. Womit sie eingesperrt? Sie ist nicht eingesperrt. Das kann ich dir nicht erklären. Ich weiß es nicht. In dem Spiel brauchst du nichts hinterfragen. Das ist ein Fiebertraum. Okay. Was neu. Ja, 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 ja. Da rechts. Ja, 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 ja. Hier ist neu. Wir müssen die Fleischwand wegbekommen. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal so einen Fleischbündel befreien. Was? Letztes Mal sind wir die grüne Tür gegangen. Diesmal gehen wir die braune Tür. Was? Oh, nö. Was? Hier ist ein Speicherpunkt. Hier darf nichts sein. Hier ist ein Speicherpunkt. Du Schwein. Du Schwein. Wo ist hier hin? War die gescriptet? Die war gescriptet. Die kann man nicht besiegen. Die war gescriptet. Okay, ich mag die Spinnen. Ehrlich gesagt lieb. Wobei... Aber dann Spinnen kann man auch ganz gut vorbeilaufen. Solange man nicht im Raum mit einer sein muss. Bist du vor Maria eingesperrt? Maria sitzt da einfach. Ich hab die nicht eingesperrt. Die hat sich dazu entschieden, da zu sitzen, nachdem sie gestorben ist. Dann sagt sie, sie ist nicht gestorben. Ja, ja, ja. Das war ein Pyramid-Head-Schleiß hier. So. Ich muss jetzt die ganze Zeit hochschauen. Versteht sie doch. Ist da noch eine? Ich wollte nur nicht in den Raum rein, weil ich Angst habe, dass hier noch eine ist. Noch nie allein. Steht irgendwo, wie viel Prozente von dem Spiel schon hast? Nö. Bist du auch so ungeduldig wie ich. Ich will da nicht runter. Oh, der Schlitz. Okay. 3, 2, 1. Soll ich nicht vielleicht zuerst 1 machen? Das ist egal. Ich weiß gerne, wie viel ich noch vor mir habe. Das Einzige, was wir machen können, ist so machen. Und hier steht Labyrinth 46%. Ungefähr 70 Minuten übrig. Oh Gott. Das schaute, sowas demotiviert mich. Ich will das gar nicht wissen. Noch 70 Minuten nur für das Labyrinth hier? Das wirkt wie so ein kleines Level, aber ist es nicht. Alter Dino. Was denkst du, wo du hier bist? Ich bin echt sauer. Schau, Far Sky wird auch schon sauer. Hallo Phoenix. Wird gekrabbelt oder wird gekrabbelt? Es wird gekrabbelt. Phoenix, guck. Ich glaube, du hast vorgestern nicht mitgekriegt. Die Hosen sind jetzt, wie ich vorher gesagt habe, an den Wänden. Die Hosen sind jetzt an den Wänden. Die Hosen sind jetzt an den Wänden. Wie geht es um? Hm? Ja, wo es hinter mir gehört. Okay, das ist wirklich ein Labyrinth. Ja, das ist richtig. Genau, ich bin da. Knochen. Ja. Knochen. Eine Hand an die Wand und dann einfach immer der Wand entlang gehen, gell? So kommt man aus dem Höheren draus. Oh! Das ist Käfer. Gehen wir nach rechts. SCP? Was ist SCP? Super Chill Orano. Oh! Ich konnte ja gar nicht darunter, was auf der anderen Seite ist. Stimmt schon alles so. Also, wir hatten gestern, vorgestern, da sind die Hosen durch die... Okay, ich musste jetzt einen Schlüssel finden. Da sind die Hosen einfach durch die Tür gesprungen. Ja. I see you. Oh, die Geräusche. Ich muss warten, bis du zu mir runterspringst. Und da steht auch eine... Ah, nee, das ist die gleiche, oder? Stand. Runtergefallen und direkt an die Wand gestellt. Oh, die Geräusche. Wenn wenigstens malt der liebe James die ganze Zeit mit. Ah, okay. Ich will noch einmal rum, dass da noch cooles Zeug auf dem Boden liegt. Ich glaube, ich habe alle sogar gekillt. Waren es nur zwei Stück? Okay. Voll weit bin ich im Game. Bin ich? Cem, bin ich? Was glaubst du, wie viel Prozent habe ich noch vor mir? Okay. Haben die dich auch getötet? Eine von der Wand hat mich noch nie getötet. Ich bin allgemein nicht so oft gestorben, weil ich echt langsam spiele. Ich bin gerade an der Schwester gestorben, weil ich vergessen habe, welche Taste ich drücken muss, um mich zu befreien, wenn sie mich packt. Und dann bin ich draufgegangen. Ich bin, glaube ich, sonst bin ich lange nicht mehr draufgegangen. Besser als 45 Prozent. Voll weit und eben stand da 46 Prozent. 46 Prozent von dem Kapitel. Die Playstation teilt das Spiel ein Kapitel auf und sagt dir, wie viel Prozent du von dem Kapitel hast. Aber ich weiß nicht, wie viele Kapitel es noch gibt. Wir sind gerade im Kapitel-Labyrinth. Ich bin erst beim Kranke Nacht 3 Restream und jetzt bist du schon bei Nacht 5 dran. Oder waren die letzten beiden Tage nicht so wichtig? Doch. Nacht 4 war krass. Nacht 4 war echt krass mit den ganzen Spinnen an der Wand im Gefängnis. Das Gefängnis war hardcore. Also wirklich. So ein krankes Level. Ich krieg's grad nicht hin. Ich hab mich komplett verklickt, ey. Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin, ey. Ich verklick' gerade mal. Ich ver- Alles mach' ich falsch. Oh mein Gott. Ja. Schau, aber James macht doch alles falsch. Ich seh' die halt nicht. Und wenn die nicht im Blickfeld sind, dann schlägt er nicht nach denen. Ach. Denn es gibt irgendjemanden auf der Welt, der alle Spiele auf genau 6, 90% beendet? Nein. Nur Kinder. Diesen pubertären Humor. Noch ein Schlüssel. Handschellen-Schlüssel. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du jetzt aufgetaucht? Wo bist du? Hier ist doch nicht immer was. Den Gang haben sie nur gemacht, damit sich das Monster drin versteckt. So wie gerade mit den Spinnen und Gefängnis. Ah, das ist doch kein Spoiler. Du wirst trotzdem überrascht sein. Freut mich, dass du dir die Bots anschaust. Ja, warte mal. Was war da für ein Weg? Muss ich mir das irgendwie merken? Welche Treppe... Das kann doch nicht die gleiche Stelle sein, wie gerade eben. Das muss irgendein anderes... Check ich nicht. Ja, das ist ein... Das ist gleiche, aber... Wie bin ich denn jetzt bei dem gleichen Ding wieder rausgekommen, wenn... Hä? Hä? Okay. Halt, ich muss dich drehen. Ja, Phoenix, weil ich inzwischen alle Bots auf YouTube hochlade und die Leute schauen das gerne auf YouTube an. Jeder Stream wird inzwischen archiviert auf dem YouTube-Kanal. Die werden sogar extra dafür nochmal angefasst und so. Pausen rausgeschnitten, Anfang rausgeschnitten, Ende rausgeschnitten, extra Thumbnail wird dafür gebaut. Ein richtiger Watt-Kanal. Dass es Leute auf Twitch anschauen, dafür bin ich... Selbst wenn ich weiß, dass es Leute machen, ich finde das immer noch nicht gut. Das war so schlecht. Oh mein Gott. Ich folge gerade weg. Ich folge gerade zur Seite, Mann. Geht es einfach nur, um dahinter zu krabbeln? Krabbeln? Vielleicht kann auch da hoch... Okay. Dieses Hintergrundgeräusch ist ziemlich neu. Das ist... Fiepen. Ist ich hier lang oder ist der andere Weg der richtige? Gehe ich mal zuerst den anderen Weg? Macht in gewisser Hinsicht flexibler als Zuschauer? Bots zu schauen, ja. Ja, aber auf Twitch nicht, weil der Twitch-Player scheiße ist im Gegensatz zum YouTube-Player. Und jeder normale Mensch hat YouTube-Premium, sodass du auf YouTube nicht mal Werbung bekommst. Okay, jetzt sind beide Wege richtig intensiv. Soll ich jetzt beide... Aber wo geht das denn dann hin? Komm ich da gar nicht runter? Ach, ich komm da... Doch. Vier. Okay, ich schätze, hier geht's weiter. Ist das nicht normal? Anscheinend nicht. Das ist doch gut, nicht normal zu sein. Wer will schon normal sein? Warum ist hier ne Sackgasse? Ich roh-dogge meine YouTube-Wählung. Sehr gut. Wie es sich gehört. Hallo? Hast du zugegangen? Zum Glück habe ich dann das andere aufgemacht. Keine Objekte. Muss ich jetzt ein... ...ein Bolt-Cutter finden oder was? Oh, ein Autospeicher. Hier war gerade ein Autospeicher. Es ist nie in dem Spiel ein Autospeicher. Das heißt, irgendwas ist jetzt hier ganz schlimm. Der Autospeicher macht mir mehr Angst als die Hosen. was ich jetzt nicht ein Autospeicher. Das heißt, irgendwas ist einfach ein Autospeicher. Ah, Zwangsjacken-Action. Hallo, Angel. Oh, was? Deswegen ist da ein Speicherpunkt. Die Frage ist, muss ich ihn besiegen? Oder muss ich einfach nur irgendwas machen, was hier ist? Zum Beispiel hier ganz schnell rausklettern, wo du dich ein bisschen beeilen würdest. Aber auch Pyramid Head zwischen Boss. Ich sage es einfach mal, ich bin instant sicher. Aber ich glaube, hier waren wir... Okay, hier waren wir nicht. Aber ich werde da später noch mal hin müssen, weil das war jetzt nicht alles, glaube ich. Vor allem, wo ist es? Hä? Hier. Keine Ahnung, da geht es noch weiter. Soll ich jetzt runter und gucken, was da noch ist? Ja, komm. Der ist nicht schlimm, der ist nicht schnell. Wir können einfach ausweichen, wenn er schlagen will. So viele Karten? Es sind ja immer so vier Karten pro Bereich. Ich glaube, das ist ein versteckter Raum. Kommt hier rein. Ah, ich wollte gerade ausweichen, aber die hat sie noch nicht aufgehört. Die Wand ist sogar offen. Ist das nur der Wand, um hier in den Kreis zu können? Ne, dahinter ist was. Schau, da will ich hin. Okay, dafür gab es eine Trophäe. Heißt das jetzt... Ist das optional gewesen? Verpassbar? Was von den beiden Sachen ist optional? Keins von den beiden, aber... Wuppa! Oh, Mann. Okay. Gehe ich jetzt... Aber die Leiter war nummeriert, deswegen... Warte, ich gucke mal, wie die Trophäe hieß. Find his room. Okay. War, glaube ich, eine optionale Trophäe. Das ist der Raum von Pyramid Head. Hier ist der Autosave. Du hast mit Sicherheit YouTube Premium. Ja, 25 Euro Monat für YouTube Premium. Aber es ist der Familienaccount, damit wir 1 Euro sparen. Damit Rosa und ich YouTube Premium haben. Hat er nicht getroffen? Das hat sich noch Fleisch angehört. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier schlage... Oh, ich komme durch. Oh, er kommt nicht durch. Sag jetzt nicht, er kommt hier durch. Beziehungsweise, der schlägt hier durch. Der schlägt hier durch, Mann. Letter. Okay. Ja, sie haben die YouTube Premium Preise in Irland angehoben auf 25 Euro. Für ein Familienabo. Davor hat sich das mehr gelohnt. In Deutschland haben sie es noch nicht angehoben, den Preis. Es wäre auch klüger, einfach Spotify zu canceln und Musik über YouTube zu hören. Weil YouTube hat die gleiche Musikbibliothek wie Spotify. Spotify ist halt so Gewohnheitssache, dass wir Spotify und YouTube haben. Das ist eigentlich Quatsch. Das klingt nach mehreren Gegnern. Ah, Mann, ey. Ich hoffe immer, dass er irgendwie... ...hinstehend oder so. Oh, da krabbelt einer an. Da krabbelt einer Ange. es war einfach nur drei gegen aber der raum war viel zu eng und viel zu wenig licht dann passiert das meint aber nicht daher gekommen ja merciless keine ahnung ich schätze merciless ist finish off 50 enemies will das stomp deck deswegen ist gut zu stampfen die meisten leben noch wenn sie tot am boden liegen also nicht tot am boden liegen ja dann können wir die tür aufmachen die leute nutzen spotify doch nur für den jahresrückblick wenn sie das machen würden dann würde beim jahresblick beim jahresrückblick nichts stehen spotify ist bei mir 24 7 an sogar jetzt gerade ihr hört die musik noch nicht einsparen ich habe nicht mal spotify ich sage ja ihr seid ja auch nicht normal das ist ja gut seid halt special besonders versuch mal youtube zu hören wenn der bildschirm aus ist hey gott du kluger mensch youtube premium sorgt dafür dass dein youtube nicht ausgeht wenn du die app schließt deswegen holt man sich ja youtube premium das wäre ziemlich dumm wenn du musik hättest die man nicht hören kann solange das handy nicht komplett an ist deswegen schaltet youtube premium wo war dieses marschendrahtzaun woanders gekauft hier kabel lustig dass ich den kreis unten von piramid hat immer noch nicht voll habe aber dieser eine aufgang von piramid hat den habe ich jetzt nicht genommen aber der hätte mich doch das war auch ein komplett neu bereich ich muss doch noch mal runter man ich kann doch nicht schon mal der piramid hat raum ist nicht ausgefüllt ich muss ja eh in die ungefähre richtung keine ahnung wo wo ging es hier hin sehr ganz warm mal hier ein extra save weil vielleicht gibt es ein trophäe die sagt dass ich piramid hat hier killen muss aber ich glaube nicht und rechts ja ich gehe einfach den weg zurück ich gehe einfach den weg zurück was war eigentlich da kann ich überhaupt zurück ich höre ihn doch schon vielleicht können wir da durchschleichen hallo biest merkt er mich merkt er mich wir haben in der wir haben die wir haben das ist was wir haben wir haben wir haben Hier sind auch die Viecher, die Zwangswerken sind jetzt zusätzlich auf, ne? Okay, aber da war sicher nichts. Wir klettern jetzt hier hoch. Ich glaube, der ist gar nicht gekommen, der stand einfach rum. Ich glaube, das waren die Zwangswerken, die... Ach, gerade hier kann ich gar nicht lang, aber doch, da ist eine Wand. Aber das heißt, his room, find his room, ist nicht optional, weil dahinter war der Bolzenschneider. Ich musste dahin. Und hier ist die... Hier ist zumindest sowas, okay. Nicht ganz umsonst, dass wir hier waren, aber das ist kein Weg. Aber wir können jetzt einfach zurücklaufen und dann sollte da die Wand kommen. Außer, aber da ist doch vorhin was eingestürzt. Das heißt, ich glaube, ich kann eben... Da ist... Da ist was eingestürzt, ich kann nicht einfach zurück. Okay, wir müssen wieder in den Raum und wieder hoch. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt zu dieser Wand komme. Ah, Kabel. Ah doch. Aber ich glaube, die ist... Aber ich glaube, hier ist eine Wand eingestürzt. Ne, okay. Dann renne ich jetzt zurück. Ich hoffe, er hat eingezeichnet, dass sowas eingestürzt ist. Ich sollte da jetzt hingehen. Das ist auch der einzige Weg dann, wenn das eingestürzt ist. Kommt jetzt von gerade. So, Achtung, ein Dreier. Zack, zack, zack. Meine Dreiklang. Zack, zack, zack. Warte der jetzt hier auf mich. Das ist auf jeden Fall irgendwas. Ja, hier ist es. Okay. Alles gemacht. Nacht. Und wieder in ein Loch springen. Dann stehen wir jetzt wieder vor der... Fleischwand. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch ein drittes Mal drehen. Und ein drittes Labyrinth machen. Und dann... Jetzt scheint es da zu sein. Das heißt, ich brauche dieses Zeichen. Weiblichkeit, nur Dreieck. Jetzt scheint es da zu sein. Das ist nicht das da. Aber andersrum. So. Tada. Hier ist bestimmt so viele optionale Sachen, wo irgendwas versteckt ist. Wenn ich es irgendwie so drehe, dass ich irgendwie so hinkomme und da hinkomme. Oh Gott. Also laut dem Zeichen sollte das richtig sein. Aber ist es nicht. Fall. Ja, Dreieck. Mädel. Achso, es muss auf dem Würfel sein. Aber ist es doch. Dreieck. Mädchen. Check ich es noch nicht? Jetzt schon ein bisschen mehr was von einem Dungeon. Ja, weil wir immer mehr den Verstand verlieren. Nee, das kann nicht richtig sein. Aber ich dachte, das ist die Logik, dass du das Zeichen machst und dann kannst du da hin. Okay. Okay. Da ist noch... Was? Da ist das gleiche Zeichen nochmal? Das ist unfair. Ja. Da komme ich auch nicht hin. Spring da einfach runter, Mensch. Aber doch da, 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 da. Alle guten Dinge sind drei. Okay. Jetzt kommt Viertes. Dann ist die Fleischwand aufgehoben. So, wir sind da rein. Wir sind da rein. Und jetzt gehen wir hier rein. Hallo, Schrick. Du hast das Ende jetzt durchgelesen? Warum, Mariko? Nimmt er es als Wahnsinn wahr? Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Fakt ist, und es merkt... das merkt man eigentlich von Anfang an... dass nichts logisch ist. Es ist kein... Krimi. Es ist kein... Thriller. Es ist... Horror. Aber kein... Geisterhorror, wo einfach... dämonische Sachen passieren. Sondern es ist... Horror, der... Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Oder wie ich es empfinde. Oh. Ihr wacht auf. Es ist halt... Man sollte inzwischen checken, dass... alles... alles eine Metapher ist. Also es ist... wie ein... Art House Film. Du kannst nicht ernst nehmen, dass... er einfach drei Stockwerke nach unten springt und sich nicht die Beine bricht. Weil das... nicht wirklich passiert. Weil das... ein Kunstwerk ist. Es ist nicht... einfach... Oh, er springt drei Stockwerke runter. Nein. Es ist ein Spiel. Keine Ahnung. Ich finde, ich muss auch... also... ich finde, man muss auch... nicht alles erklären können. Vor allem, wenn man... so eine Ebene von Wahnsinn hat, worum es hier geht. Und alle wachen auf. Soll ich? Machen wir Party? 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 Warte. Was? Hallo, dreh dich um. Oh mein Gott, wie er sich nicht umdreht. Mann hat das jetzt abgehört, die sind ja nicht tot. So sind sie tot. Hier war noch eine Tür. Hallo Iron Ash. Ich sehe es nicht mal als, okay, wenn wir, also ich, ich weiß zwar was passiert, ich weiß, was am Ende passiert und sowas, aber ich weiß trotzdem nicht, was das alles zu bedeuten hat. Weil du kannst natürlich alles irgendwie erklären in diesem Spiel, warum Sachen passieren und sowas. Aber das Einfachste wäre einfach zu sagen, hey, wir sind in Silent Hill und in Silent Hill gibt es eine Art Dämonenwelt. Und in Silent, es gibt eine Art Dämonenwelt und Silent Hill hat quasi den Zugang dazu. Quasi Silent Hill ist auf der Schwelle davon, zwischen Dämonenwelt und nicht. Weil wir wechseln ja hier auch die ganze Zeit zwischen zwei verschiedenen Welten hin und her. Es gibt halt quasi so einen Zwischenraum. Und Silent Hill ist dieser Zwischenraum oder halt, da ist die Verbindung besonders dünn. Und James durchlebt sein, James durchlebt seinen Terror, weil er vielleicht den Terror verdient hat. Das wissen wir noch nicht. Aber er ist auf der Suche nach etwas und er durchlebt die Hölle auf dem Weg. Und er hinterfragt das noch nicht mal, weil er vielleicht weiß, dass er es verdient hat. Weil er hinterfragt ja nicht, was passiert. Nicht in irgendeiner Cutscene sagt er, oh mein Gott, was ist hier bloß los. Sondern er akzeptiert, dass das passiert und er muss da durch und er muss was schaffen, weswegen er gekommen ist. Er durchlebt sie. Seine Hölle! Jetzt schau, wie weit er extra gegangen ist. Aber er hat doch nicht gereicht. Aber er hat doch nicht gereicht. Tja. Da krabbelt die Krankenschutz auch noch. Das war so gut ausgemischt. Ich kann es auch... Die fallen dann einfach um. Ich könnte auch die ganze Zeit weglaufen, solange wie die Tür... Ach, die Tür öffnet sich ganz langsam und ich kann auch so lange einfach versuchen zu überleben. Ich muss noch nicht mal kämpfen. Die fallen einfach wieder um. Oh, das ist... Ich meine, ich habe nicht geschossen. Ich spare mir es. Mal schnell auf den Controller gucken. Wenn mein Controller rot ist, weiß ich, ich muss... mich heilen. God of War Recknerrück ist auch so gut. Klar ist God of War auch gut. Es sind zwei komplett verschiedene Spiele. Ich kann das hier sehr empfehlen. Ich finde, sowas ist besonderer als God of War. Vor allem, wenn du ein God of War schon gespielt hast. Also den Vorgänger. Aber es läuft ja nichts weg. Du kannst ja beides spielen irgendwann. Inzwischen bin ich auf jeden Fall vom Horror abgehärtet. Also inzwischen ist es so übertrieben, dass du gar nicht mehr wirklich erschrecken kannst. Also jetzt kommen wir zu dem leichten Action-Teil, würde ich mal behaupten. Es ist immer noch creepy und sowas, aber es geht jetzt sowas von ab. In einem Raum eingesperrt sein mit acht Gegnern oder sowas ist... Soll ich mal versuchen zu überleben? Beziehungsweise, das klingt nach einem Frostgestampfe. Oh, die sind auf dem Boden. Ach, die sind noch... Oh, okay. Ich laufe jetzt nur weg. Ich höre auf die Geräusche. Immer beim dritten. Der hat einfach so geschlagen. Hä? Das schlägt nicht. Ach, das ist ein Käfer. Oder was? Hä? Was hat mich da die ganze Zeit getroffen? Was hat mich getroffen? Konsequenz hier auch. Was ist das? Hä? Jackson, warum ist das jetzt anders? Ah, da ist was. Hier eben. Das sind Hosen. Was ist das? Vertreut sich aber auch, dass es irgendwann auch wird. Das fährt bestimmt gleich auf. Das ist eigentlich nur einer. Soll ich den bekämpfen? Ich will das jetzt wissen, ob das auch so ist. Ja, okay. Wahrscheinlich kann man, wenn man schneller machen will, wenn man alle bekämpft hat, ist es auch vorbei. Was? Was? Spannung, Entspannung, Entspannung. Ich will sagen, ein Low-Jumpscare kommt, die gibt es hier nicht. Es gibt hier keine billigen Jumpscares. Das wertschätze ich so sehr in diesem Spiel. Wenn einen etwas erschrickt, dann ist es tatsächlich etwas, was erscheint und nicht nur ein lautes Geräusch. Ich verstehe auch nicht, wie Leute Jumpscares mögen können. Es gibt ja Leute, die lieben das. Cool, dann verstecke ich mich jetzt immer irgendwo und dann komme ich einfach mit einer Tröte und erschrecke dich. Herzlichen Glückwunsch. Wie kann man daran Spaß haben? Jumpscare muss verdient sein. Okay, Wendets stürzen ein. Jetzt sind gar keine mehr da. Kannst du gute Horrorfilme empfehlen. Oh boy, Ausrufezeichen Movies. Ausrufezeichen Movies. Das sind all die Filme, die ich best bewertet habe. und du kannst natürlich auch, wenn du willst, nach Horror sortieren, aber du siehst, glaube ich, am Cover schon, was Horror ist. Aber wir können gleich, ich will sagen, wir können gleich, wenn es ein bisschen ruhiger ist, weiter darüber reden. Ich liebe Horrorfilme. Ich glaube irgendwie, es wird nicht mehr ruhiger mit dem Spiel. Hallo, Mr. Pyramiden-Head. Und jetzt gehe ich da durch. Guten Tag. Tatsächlich gehe ich da durch. Geh durch die Hosen. Geh durch die Hosen. Geh durch die Hosen. Geh durch die Hosen. Das ist die PS5-Iron. Gleich, Iron gleich. Lass erstmal hier den Boss machen oder was auch immer das jetzt hier ist. Ich spiele auf der PS5. Aber du kannst auch meinen PC unten, unterm Stream ist der verlinkt, meinen PC. Ich habe keine gute GPU, also ich habe heutzutage keine gute GPU, CPU mehr. Aber ich sie nicht brauche. Ich mag PC-Spiele nicht. So, wen haben wir hier? Nicht mehr so gefangen. Das war ich nicht. Ja, gute Frage. Warum weint er? Weil er kennt sie nicht wirklich? Sie war schon tot. Dann war sie wieder am Leben. Und jetzt ist sie doch tot? Warum nimmt ihn das mit? Weil für ihn ist das seine Frau. Oder vielleicht jemand anderes? James? Ich bin da. Mary. Ja. er braucht schon Maria. Mary. Zeigst du hauptsächlich auf der PS5? Ich zeig hauptsächlich auf der Switch. Und wenn ich was anderes spielen will, dann auf der PS5. Ich bin Konsolenmensch. Ich mag PC-Spielen nicht. Okay, dann gehen wir jetzt auch durch diese Fleischwand. Was war das? Wir haben auch immer noch ein paar Charaktere. Also Maria gibt es genau genommen nicht mehr, aber wir haben immer noch Laura. Wer ist die andere? Elizabeth? Nee. Amy? Nee. Wir haben das mit A, glaube ich. Was ist jetzt der Wagenheber? Ah, nee. Oh. 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 Pyramid Head hat den den Würfel zerstört und hat sein Schwert da gelassen. Dann machen wir mal die Wand kaputt. Ich kann mich nur kaum bewegen, Alter. Okay, das ist sehr dumm gemacht. Er ist voll, voll, okay, warte, warte, warte. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. So dumm. So schwer kann das Ding auch nicht sein. Also schon, aber ich gehe jetzt gerade aus. Das ist wie ein Auto. Speichern? Kannst du das Schwert da lassen? Ah, ja. Geil, jetzt will er das Schwert nehmen. Okay, dann speichere ich halt nicht. Der Tür auf dem Klo-Leber, ne? Ja, Eddie. Ich der Einzige, der Paramount-Altivity-Teile noch haben möchte. Nö. Ich meine, der erste Paramount-Altivity war großartig. Der zweite war auch noch gut und dann wurde es halt ein Franchise, das langweilig wurde. Ich habe auch nie wirklich VHS eine Chance gegeben, aber anscheinend soll der neue VHS richtig gut sein. Ich bin nicht so der Found-Footage-Mensch. Hallo. Hallo. Upsi. Hallo, Bardehaus. An irgendwas erinnert mich das hier, aber das ist nicht irgendein Film oder irgendein Spiel. Ich weiß es nicht. Hallo. Er kommt gerade richtig. Wir nehmen das Schwert von Pyramid Head und gehen durch die Wand aus Fleisch. Hallo, Hallason. Herzlich willkommen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Elysia Wien. Hallo, Kuakuma. Ich bin morgen dabei. Ich weiß nicht, wer von euch morgen dabei ist. Layla. Wir spielen morgen Content Warning, morgen Nacht. Deswegen muss ich heute das hier durchspielen. Wir müssen das heute hier abschließen. Lassen wir das Schwert jetzt hier. Okay. Ja, ich lasse es fein schwenden. Das kann nicht so schwer sein. Wenn Cloud ein doppelt so großes Schwert hochheben kann, dann wirst du doch... Vielleicht ist es MHSSIV. Massiv, wie eine Wand, die man nicht durchbrechen kann. Dankeschön für den Raid. Habt ihr aus Versehen auf Stream Together Guest Star Dingsdo geklickt? Einfach ignorieren? Achso, wir streamen gerade zusammen. Achso, das da oben, das kann ich dir kleinen, wenn du willst. Streamst du jetzt noch, oder? Okay, du hast gecancelt. Halt nicht. Das wird sicher mega lustig. Morgen dann. Ich stream nicht. Ich, äh, ich spiel nur mit. Ich muss mir das Spiel sogar noch kaufen. Sieht nach Stranger Things aus. Ne, ich glaube, ich meine die... Ah, ich weiß, was ich meine. Ich meine die Stelle in Konstantin. Wenn Konstantin zwischen der echten Welt und der Hölle wandert, dann wird er auch in so eine... Also die Hölle ist ja dann auch so knallrot und mit so Schlieren halt. So sieht es aus, wenn James da gerade durchgeht, diese Fleischschwanze aus wie quasi die Hölle. Die Hölle bei Konstantin. Gute Nacht, Jule. Dankeschön für den Raid. Wir entspannen noch ein bisschen mit Silent Hill 2. Es könnte sein, dass ich es heute durchspiele. Ich weiß nicht, wie lange ich mache. Miriam Traitor. Okay, okay, Miriam, tschö. Hier mal ein paar Gräber. Das erste Mal... Oh, wie soll ich da reinspringen? Soll ich nicht zuerst andere Sachen anschauen? Sullivan? Walter? Wo ist Walter? Walter? Was ist denn dann dein Lieblings-Horrorfilm? Angui. Oder eure? Mit wessen Grab ist das? James. Hey, wer hätte das gedacht? Eddie? Eddie? Angela? Angela ist die andere, so. Mit A, habe ich doch gesagt. Aber ich springe mal kurz in mein Grab. Spielst du dann noch mehr Horror? Ich wollte eigentlich noch hier... Ich wollte eigentlich auch The Query spielen. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Müssen wir mal gucken. Nächste Woche ist Rosa komplett nicht da. Ich fliege nach Portugal. Vielleicht machen wir dann doch noch weiter. Aber eigentlich reicht es mir erst mal mit Horror dann. Vor allem, weil das jetzt war so gut einfach. Einmal im Jahr ein schönes Horrorspiel, ein richtig gutes und passt. Mal umdrehen. Mal den Lichtschalter anmachen. Geht nicht. Ich bin ein Fan von Zimmer 1408, einer meiner ersten Filme, die ich richtig gut fand. Ist das nicht ein Quentin Tarantino Film? Ist doch kein Horror. Oder ist es der mit John Cusack? Gibt es das Game für die Xbox? Ich glaube, Silent Hill gibt es für jede Plattform. Aber wer spielt denn Xbox? Äh. Lebst du in Amerika oder was? Äh. Kannst ja gleich PC spielen. Wie weit ich mal im Skript gekommen bin. Gliederung. Ah, John Cusack. Das ist ein Horrorfilm? Ich glaube, ich habe den gesehen, aber ich erinnere mich, das ist einfach nur so wie Identität mit John Cusack. Identität ist ein cooler Film, aber jetzt auch nicht krasser Horror. Es ist ein Horrorfilm, aber den würde ich, glaube ich, sogar rosa zeigen, weil er hat nur einen richtigen Schreckmoment und der Rest ist eher so Thriller-mäßig, so rausfinden, was hier nicht stimmt. Das fand ich bei Zimmer 1408 auch so halt rausfinden, was stimmt hier nicht. Aber Identität ist einfach, ist einfach ein cooler Moment am Ende, so oh wow. Aber wenn das für dich so dein Horror ist, dann mein Horror ist Body Horror. Also ich mag Horrorfilme, wo Body Horror ist. Also sowas wie Evil Dead oder einer meiner Lieblings Horrorfilme von letztem Jahr ist einfach der ist auch in der Liste ganz oben aus Hohlezeichen Movies. Ich sag das immer wieder, der Film. Schwierig anzuschauen. Also weil es ihn nirgendwo gibt. Ähm. Ich vergesse den Namen immer, weil er ein bisschen kompliziert ist. Nicht Speak No Evil. Speak No Evil ist eine Frechheit. Nichts? Nichts? Oh. Oh. Hi, James. Eddie. What are you doing? What's it look like I'm doing? You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. You're gonna cry fat ass? You're gonna run to your mama? Waste of skin? Why don't you just kill yourself? Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty, it's all the same once you're dead and a corpse can't laugh! Sieht ein bisschen aus wie ich, oder? Die Leiche da. What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want to. Shut up! You think I'm stupid? You think I don't see it? But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. You ain't laughing now, Who are you? Gleich habe ich mir gerade gedacht. Warum macht er das nicht einfach? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? You're about to find out. It's not like the Eddie Story. 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 Warum the hate gegen Xbox? Keine Ahnung. I like Xbox not. I've never had any Xbox in the hand. gehabt. Bin ich das? Mensch, man. Jeder soll Xbox spielen. Verstehst du? Keinen Spaß. Aber ich verstehe wirklich nicht, was an Xbox toll sein soll. Oh, es ist halt auch doch. Jetzt ist das Ende von Eddie. Oh, es ist halt auch doch. Ja, ich rief, nachdem ich diesen Tog töten. Aber du weißt, was? Es war Spaß. Er versucht, seine eigenen Guts abzutzen. Er hat endlich sterben, alle in einem Ball. Dann kam er nach mir. Ich habe ihn auch, direkt in den Lagen. Er kreut mehr als der Tog. Hahaha. And now it's your turn, James. Fucking see you. Als ob du leise sein willst. Okay, okay, chill. Okay, ich muss doch die Waffe nehmen, glaube ich. Oh, wie man da ein Löcher reinschießt. Ist aber geil gemacht, oder? Der Kampf. Ist geil gemacht, der Kampf. Ist das irgendwie... Ich darf nicht schießen, oder was? Oder ist das einfach nur Nebel? Darf ich schießen? Ich verstehe sich. Sorgt es jetzt dafür, dass ich nicht schießen darf? Oder sagt es dafür, dass ich langsam sterbe? Ich seh, du bist doch dahinter. Ich seh dich doch. Ich schieß mal. Es geht. Natürlich geht's. Okay. Auch zum Wackeln. Ich berühr die nicht. Hey, ich hab zuerst geschossen. Ah, okay. Der war schlecht. Es reicht. Jetzt fangen sie sich an zu bewegen. Ich seh, ich seh halt echt nix. Der ist Gegner dran. Alter, wie schnell schießt er? Ich habe ihn aber in die Ecke. Okay, das war's jetzt. Das ist ein cooler Kampf, aber ich glaube, man kann den voll schnell mit einer Taktik beenden. Einfach so wie ich gerade in die Ecke und dann kann er nicht weg. Was habe ich getan? Was habe ich getan? A human being? Nee. Weiß nicht. Weiß nicht. Ein Lieblingshorrorfilm. Ich überlege die ganze Zeit noch, wie er heißt. Ich vergesse den Namen immer. Where Evil Lurks. Richtig cooler Dämonen. Horror, Body, Ekel, aber so spannend und so weird und so gute praktische, practical effects. Jetzt ist es so wundervoller Film. Einer meiner Lieblingsfilme jetzt von diesem Jahr der beste dieses Jahr war The Substance. The Substance mit Demi Moore und Margarets Coqually. Oh mein Gott, ist das ein geiler Film. Wir sind endlich draußen. Wir waren noch die letzten zehn Stunden nicht mehr draußen, oder? Hei, hei, hei. Ich glaube, jetzt fahren wir sogar Boot. Ich kann mich an eine Bootfahrt erinnern. Ouffa. Na klar. Was ist denn Ruh dann? Was ist denn für grafische Fehler? Resident Evil hat eine Bootsfahrt? Viele, ja. Vier, sieben, acht? Acht nicht. Heißt das nicht der Sage nach, dass wenn man auf einen nebligen See hinausfällt, man ins Jenseits gelangt? Oh mein Gott, sie haben gemacht, dass ich das hier steuern kann. Kann ich einfach beide drücken? Eben. Nehmen wir dem Licht nach. Ja, schau, das kannst du jetzt auch symbolisch reinpacken, dass er gerade einfach in seinen Tod schwimmt. Also weil du gesagt hast, ist das alles nur sein Wahnsinn? Ne, ich glaube, die Silent Hill existiert wirklich, weil es gibt ja mehrere Teile. Und das ist immer in dieser Stadt, wo jemand in diese Stadt geht und irgendwas sucht oder sich verirrt dort. und diese Stadt, ich glaube, in Silent Hill, dem Film, wird, glaube ich, erklärt, warum die Stadt verflucht ist. Keine Ahnung. Aber es ist einfach, wie ich gemeint habe. Ich glaube, du kannst es so sehen als eine Pforte in die Hölle. Eine Pforte in die Hölle und Menschen, die hierher kommen, durchleben ihre Hölle, die sie verdient haben. So würde ich das sehen. Sind die Filme lohnenswert? Der Erste auf jeden Fall, der Zweite ist nicht gut. Außer du magst unbedingt Jon Snow. Wer ist er? Kip, Kip? Nee. Kirk, Kirk, Kirk. Kirk. Wer ist Jon Snow, Schauspieler? Nein. Ken, Kirk, Kirk. Das ist mit K, ne? An der Stelle bin ich. Und wie weit noch? Wie weit noch? Nicht mehr viel? Okay. Und dann gucken wir uns die ganzen alternativen Enten an und das Beste ist das mit dem Hund. Wenn sie das nicht weggemacht haben, aber haben sie bestimmt nicht. Ich, ich, ich. Kai, sie hast du ein Hundehaus gefunden und musstest einen Hund füttern mit einem Knochen? Warum habe ich das nicht gefunden? Oder haben sie das komplett rausgemacht? Es gab so eine Nebenquest mit einem Hund. Hundehaus? Eine Hundehütte. Im Original gab es einfach in der Stadt, wo du, sobald du in die Stadt kommst und halt rumläufst, war da eine Hundehütte und da stand und du siehst, du siehst nie einen Hund, aber du kannst zur Hundehütte einen Knochen bringen und dann kriegst du irgendwas und dann kriegst du auch ein besonderes Ende oder sowas. Irgend so eine optionale Sache gab es nur in der Hundehütte, aber vielleicht haben sie es einfach rausgemacht. Die Enden hast du dir auch alle durchgelesen? Ah, lame. Lakeview Hotel. Ja, das ist das Ende. Das ist die letzte Map, glaube ich. Das Hotel. James, remember our spot? Da sind wir jetzt. Und ich mag halt dieses, ich mag halt so einen Style wie dieses Horrorspiel, einfach. Es muss nicht alles erklärbar sein, es sind alles einfach Meta-Ebenen. Deswegen würde ich auch gerne mal Alan Wake 2 spielen, aber ich habe das Gefühl, ich soll dafür zuerst 1 spielen, wobei wahrscheinlich ist es noch nicht mal wichtig, dass man 1 spielt. Hast du einen Hund gefüttert? Das Original habe ich platiniert, also ich habe da alles gemacht, also ja. Okay, warum wartet ihr dann hier zum Urlaub? Bei so einem Nebel habe ich keinen Bock hier die ganze Zeit zu chillen. Sieht jetzt nicht so einladend aus. Das ist jetzt nicht so einladend aus. Und deswegen suchen wir herum. Willkommen zurück. Our Room. Mary. Steht sogar auf Deutsch da. Stimmt, es war schon immer auf Deutsch hier alles. Sagte ich, während der Aussichtsraum steht. Ich warte auf dich, steht da. Ei, 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 ei. Geh mir aus meinem Keller. Willkommen. Als ob ich jetzt schon in den Raum könnte. An die Rennungskraft, mach bitte den Kamin im Kofferrenzraum sauber. Ich warte auf dich, da kannst du dir denken, wie lange das hier noch alles geht. Aber es ist ja auch wieder ein großes Hotel und also ich schätze wirklich, dass es nicht mehr so lang geht. Aber es kann auch, es könnte auch noch ewig gehen, weil im Krankenhaus bist du auch so, oh mein Gott, das Krankenhaus. Und dann hast du endlich das Krankenhaus durch und dann existiert das ganze Krankenhaus nochmal nur in der anderen Welt. und am Ende bist du einfach sechs Stunden in diesem Krankenhaus. LN Wake 1 brauchst du wirklich zocken. Brauchst du nicht wirklich zocken, da reicht das, wenn du dir den 10-15 Minuten Video anguckst. Den Tipp habe ich von einem Kumpel bekommen, der beides gezockt hat. Aber ich will den ersten Teil ja irgendwie auch spielen, weil er soll ja auch verdammt gut sein. Musik Box. Ja, gerade gucke ich gar nicht mehr nach, ob die Hosen da sind. Ich glaube, gerade sind wir relativ sicher. Irgendwas muss erst passieren, dass Viecher kommen, glaube ich. Wir sind nicht, im Moment sind wir nämlich nicht in dieser Welt. Sehr geehrter Mr. James Sunderland, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Videokassette, die Sie bei Ihrem letzten Aufenthalt in Ihrem Zimmer vergessen haben, gefunden und in den Mitarbeiterbereich im ersten Stock gebracht haben. Wir werden Sie im Hotel-Safe aufbewahren und ihn so bald wie möglich zurückgeben. Ja, ja, ja. Das Tape. Das wird wohl auf dem Tape drauf sein. Was ist das für ein Hotel mit Munition überall? America. It's Rätsel time. Wenn ich die Sachen hätte, die hier wären. Hier drei Sachen brauchen wir. Jetzt ist es mir ein bisschen zu dunkel. Aber nein, hier wird nichts sein. Intermezzo. Willst du es nicht nehmen? Willst du es nicht? , wenn ich mich nicht mehr aufhören muss, die fach cockpit bis X2 bis X2 bis X2 bis X2 bis X2 bis X2 Oh, wie bist du hergeschwammt? Die Musik ist mega in dem Spiel. Außerdem, ich brauche deine Hilfe, um Mary zu finden. Sie ist hier, nicht wahr? Komm schon, sag mir! Ich wünschte, ich wusste. Aber sie sagte es in ihrer Lettere. Wait. Also, da ist wirklich eine Lettere? Oh, ja. Willst du es lese? Aber nicht erzähl Rachel, okay? Wer ist Rachel? Sie ist unsere Nurse. Ich habe es aus der Locker. Ich bin froh, Laura. Ich bin froh, Laura. Ich bin froh, Laura. Ich bin froh, Laura. Ich bin froh, in einem schönen Ort, schönes Ort. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, Laura. Ich bin froh. 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 Ja, ich meine, Mary nicht hätte sterben, drei Jahre vorhin. Kann sie wirklich hier sein sein? Ist das der kalt, herzlichen Ort, die sie sprachen? Me und Mary haben viel gesprochen über Silent Hill. Sie even showed me all her pictures. Sie wirklich wollte zurück. Sie auch viel über dich, you know? Sie even. Was? Was ist es? Well, es war das andere Leder. Ich denke, es war für dich. Die Envelope hat deine Namen auf. Was? Was? Ich wollte es. Das eine Zeit, ich bin fast tot. Ich dachte, du wirst es nicht. Aber dann dachte ich, dass Mary es nicht will, dass ich es von dir. Also habe ich es für dich. Hier. Ich denke! Es war. Es ist in den Moment. Es liegt. Nein, es ist kein Problem. Was? Es gibt es nicht. Ich versuchze. Aber woher ist es? Ich vermute es. Ja, ja, ja. Und jetzt mögen sich Hund und Hase. Ich bin der Hund. Laura ist der Hase. Das stimmt, die ganzen Zeichnungen waren immer ein Hund, der einen Hasen gejagt hat. Und die Zeichnung, die sie gemacht hat. Bim. Hallo Basti. Ich hätte so Bock, wieder das Spiel zu zocken. Was gibt es so viele andere Games? Was sind dann die anderen Games, die du jetzt spielst? Ist das unendlich lang? Passiert irgendwas? James, du guckst nicht mal hin. Okay. Was ist sie denn jetzt? Ist sie hoch? Oder ist sie da rüber? Irgendwie sowas wie Achievements. Irgendwas kann ich mich erinnern mit einem Klavier. Oh, sie ist hierhin. Okay. 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 Jetzt geht's wohl wieder los. Let's gooo. Flawless. With three. Oh. Hey, man. Jagt Kaka. Flawless. Nicht Flawless. Gar nicht. Die Hosen sind nie flawless. Jetzt haben wir wieder die Hosen, ja. Müssen wir wieder aufpassen. Okay. 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 Was? 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 Oh, warum kommst du richtig an? Schieß! Die ist hier ganz weit weg. Wir haben einen riesigen Schritt drüber gemacht. Ja! Okay, die hat mich jetzt wieder ein bisschen erschreckt. Okay. Deswegen gucke ich immer auch hinter die Tür, weil das ist das Offensichtlichste doch, oder? Eine Hose hinter die Tür zu machen, sodass sie verdeckt ist. Aber nie war eine wirklich hinter der Tür. Die war immer in der Ecke oder sowas. Aber nie hinter der Tür. Die war jetzt mal hinter der Tür. John Mitchell ist gestorben. In diesem Hotel alles passiert. In diesem Hotel alles passiert. Ja. 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 Hier im Freien wird wohl nichts sein. 10 leichte heilung 3 volle heilung nicht schlecht glaube ich 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie? Waschküche Bist in der Waschküche? Bist in der Waschküche? Sonne Morgenrotflügel Hm? Bist in der Waschküche Bist in der Waschküche Bist in der Waschküche Kann ich nicht... Hallo? Objekt? Nein Gehe ich doch nicht rein Das heißt, hier habe ich alles durchgeguckt Mitarbeiterbereich So, dann gehen wir jetzt nach oben Oh Gott Und 312 Ja, ich glaube aber nicht, dass ich bis zu 312 hinkomme, oder? Oder viel zu einfach? Wo ist der Morgenrotflügel? Flügel Hm? Ist der draußen? Da ist ein Ausruhezeichen Tor Vielleicht war das draußen Nein Dafür brauche ich eher einen Bolzenschneider Morgenrotflügel Aber da war ein Ausruhezeichen Ach stimmt, da ist eine Bank Apfel Okay Nehme ich mit Was? Hall War Was? Hm Hm Hosen sind so schmal und wendig Die könnten überall lauern Und tun sie auch Kann ich da einen Apfel reintun hier? Tatsächlich? Ne Es ist, aber so ähnlich sieht die Form aus Wo brauche ich denn einen Apfel? Da war ich, da war ich, da war ich Restaurant, da war das Klavier Okay, gehen wir hoch Irgendwann rennt jemand in dieses Tor rein Wahrscheinlich Aber wir haben auch immer noch die andere Frau Ihre Geschichte ist auch noch nicht vorbei Wobei, wir haben Wir haben, ein bisschen ist die Geschichte vorbei Aber ich Ich meine, wir haben sie gerettet Aber Ich glaube nicht Ich Ich kann mich An was anderes erinnern Mit der schwarzhaarigen Frau Ah, das ist der Flügel Okay Gehe ich aber zuerst in die anderen Sachen Oder ist das da drüben auch zu? Okay, das ist zu Spinnchen Wo sind wir? An den Decken und überall Okay Ich muss jetzt wieder anfangen hoch zu gucken Ich habe das Gefühl, aber die Spinnen sind nur an Wänden Wenn die Wände wirklich sehr hoch sind Aber es wäre so viel cooler, wenn die auch einfach Oben an einem In einem Badezimmer einfach An der Wand warten würden Oh, hier ist der Kamin Asche Nicht so ein Kamin Anderer Kamin Okay Irgendwas sollte ich doch mit Asche Schlüssel 202 Mir muss was sein In dem Raum muss was Böses sein Ich bin so ausgewickelt Rangakte Patient MSS Das ist Mary Aber ich kann sie nicht aufmachen Okay Komisch Ich muss die Musik jetzt erstmal verrückt spielen Sobald Mary auch nur Mit Initialen erwähnt wird Hallo Sister Ist der Rundgang? Ja, okay Ich gehe kurz speichern Einfach Einfach, weil ich kann Weil ich speichern kann Auch wenn es eine kurze Odyssee ist Nach Hier Nein, nicht leer Oh mein Gott Ich mache so viele Weil ich komme in das Menü Drücke runter und drücke X Aber das Spiel braucht noch eine Sekunde Bis es realisiert, dass ich Bis ich runterdrücken kann Und deswegen habe ich so viele zusätzliche Speicherstände gemacht Aber ja, am Ende bin ich glücklich Wenn ich irgendwas nachholen möchte Aber dafür habe ich auch wieder zu wenig wahrscheinlich So, ja Hast du schon mich mitgekriegt? Ich höre doch was hinter mir Nein Ranoid Dieser Apfel verwirrt mich so sehr Okay Okay, da geht es schon zum dritten Stock Da kann ich zu Marys Zimmer mal gucken Ob ich schon hin kann Aber hier ist irgendwo noch was In den Zimmern Oh, du lebst noch Gescriptet So not disturbed Wäre auch sehr Unverschämt gewesen Okay, der dunkle Gang Der Weltgeschichte Da ist eine Wo schlägst du hin? Erstmal kurz die Scheibe einschlagen Bevor ich das türbeinige Monster zerstöre Da ist ja nicht mehr was drin Um Ich seh dich. Fasschen erwischst du mich. Langsam weiß ich, wie der Hase läuft. Wie die Hose läuft. Nix. Sinnloser Raum. Erinnerung. Dann hoch. Ja. Wenn hier jetzt nicht noch eine Doppelwelt entsteht, dann ist es nicht so groß, glaube ich. Wenn man weiß, wohin, kann man noch schnell durchrennen. Aber ich will nicht. Wo ist ihr Zimmer? Ah, hier, Konferenzraum. Da ist irgendwas Wichtiges. Wäre witzig, wenn Speichern die Gegner resettet. Dark Souls-Style. Hier sind welche drin. Macht mein Radio überhaupt noch irgendwas? Hier ist aber Kamin. Hier ist es mit dem Kamin gewesen. Okay, ich hole was aus dem Kamin raus und dann kommen drei die Tür rein. Ja, nicht mehr. Ist ja sonst echt nix. Das werde ich noch benutzen müssen, glaube ich. Ah, wobei. Okay. Asche. Oh, hier. Oh, Schlüssel. An die Reinigungskraft. Kannst du auf dem Weg zum Konferenzraum auch gleich in Zimmer 107 vorbeischauen? Ich lasse dir eine Schlüssel da. Einer der Gäste hat da eine ziemliche Sauerei eingerichtet. Und Blutbad. Oh, das Ding muss ich jetzt aufmachen. Los, vergammelte Apfel. Irgendwie aufbrechen. 107. Das ist ja ganz unten. Das gefällt mir nicht. Da hinten. 103 gibt es auch noch. Was? 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 Wo? Wer? Wer? Wie komme ich zu ihr im Raum? Dafür müsste ich da rein können. Sag was, James. Wie er ruhig ist. Ich habe es gehört, aber ich dachte mir so, jetzt kann sie auch noch auf mich warten. Gar nicht gut, gar nicht gut. Geh zurück, Mann. Geh zurück. Es war wieder dumm. Ich dachte mir, die Munition sehe ich da. Ich weiß, links sind wahrscheinlich Gegner, aber lass erst mal die Munition holen. Und dann höre ich es auch noch und höre nicht auf, die Munition zu holen. Okay, damit kann ich draußen das Gitter aufmachen. Dritte Stöck Musik. Anstrengend. Mal die Stöck. Mal die Stöck. Mal die Stöck. Oh. Abkürzung. Hier war ich noch nicht. Ah, hier. Der kleine Raum. Okay. Okay. Not bad game, not bad. Der Vogelraum. Da ist ein Buch. Möchte ich das Buch holen können? Ah, ich muss drauf schießen wahrscheinlich. Okay. Zur Not kriegt man sogar kurz Munition. So, da, da. Gegner in der Dusche. Wir hatten noch keinen Gegner in der Dusche. Glaube ich. Im Badezimmer schon, aber nicht in der Dusche. Aber einmal sah es nur so aus. 215 können wir noch. 215 können wir noch. Okay. Und dann kommt noch. Okay. Okay. Es ist klar, dass da was drin ist, ne? Okay. Okay, dann hätten wir da noch weiter runtergekonnt. Ich fülle nicht zurück. Gucken von außen. Hätte ich? Ah gut, ich muss zurück, ich muss zurück. Das interessiert mich, aber hätte ich da komplett runtergekonnt? Wahrscheinlich nicht. Das hätte ich ja hochgekonnt. Nein, nicht annähernd. Okay. Wo geht's runter? Gehen wir jetzt zum... Ah, die Seite. Dacht mir grad. Man sollte einen Hosensong à la Spongebob für das Game machen. 3, 2, 1, los. Ich überlasse es dir. Schmeiß aber den Bolzenschneider nicht weg. Da kann man böse Sachen machen. Gute Sachen. Ah, hier ist was. Eine haben wir. Und dann können wir in das eine Zimmer. Hier versteht wahrscheinlich Welcome Back, weil das nicht der Eingang ist. Das ist der Hintereingang. Vorne ist der Eingang. Beim Keller eigentlich irgendwas? Auch nicht? Okay. Äh, dann der eine Raum ist da drüben. Warum denn jetzt schon wieder? Ich kenne euer Prinzip inzwischen. Da ist was vor mir. Da ist was vor mir. Da ist was vor mir. Du brauchst aber auch ewig, um diese Karte zu zunahmen. Oh, dieser Rückwärtssalter, den hab ich noch nie gesehen bei denen. Die geht voll ab. Was ist mit der? Dieser Rückwärtssalter, den hab ich noch nie gesehen. Der war voll cool. Rose, Rose, Respekt, ey. Blue Cookie. Ich bin noch voll grün. Hä? Die hat mich gepackt? Und ich bin immer noch grün. Okay. Blue Cookie, dankeschön für 49 Monate. Dankeschön. Hallo, hallo. Danke. Danke. Als der dicke Eddie kam mit seiner Feuerkraft, da hat James sich zum Depp gemacht. Sogar Mary hält ihn für einen Psychopath, weil James eine Hose erschossen hat. Ein paar, nicht nur eine. Mindestens 100. Also wirklich, ich glaube, ich habe 100 Hosen inzwischen besiegt. Weil ich habe jede besiegt. Keine stehen lassen. Da draußen ist wieder was. Ob es eine Hose ist, sehen wir, wenn der Schuss losgeht. An die Reinigungskraft. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich die Blätter im Garten zusammenfegen, aber nicht den Kamin vergessen. Wo ist es doch? Wehe, ich erwisch dich beim Faulenzen. Okay. Nichts Interessantes. Da draußen. Im hellen. Im so richtig hellen Licht mal ein Gegner. Ich meine, sonst war das Hellste, hatten wir im Nebel. Aber so hell hatten wir, glaube ich, noch nie. Hier ist das auch eine starke. Eine richtige Nase. Vielleicht schaffen wir es, die... Okay, hier sind mehrere. Aber die ist schwächer. Ich spüre die andere kaum. Ich spüre sie doch schon. Was, was, was? Ach, die Hose. Was steckt sich in der Hose, ey? Wie geht das aus? Und so viel Zeug, mit dem du Türen kaputt machen könntest, oder diesen Kamin. Aber was suchen wir? Ein Brecheisen. Bei Hotline Miami gab es ein Trophäe für 1000 Tötungen. Ja, ich glaube, das Krasse, was ich mal hatte, war in Prototype, ich glaube, 60.000. 60.000 musstest du töten. Aber ich glaube, es gab sogar... Es gibt bestimmte Achievements mit noch mehr. Wo warst du? Du warst hinter dem Mülleimer? Krass. Jetzt sieht man auch mal richtig, wie die kämpfen, ne? Wo ist die richtige Krankenschwester? Da kriecht was. Komm her. Weg. Wo ist die richtige Krankenschwester? Was ist der? Was ist der? Kann nicht weg sein, muss sie. Die versteckt sich jetzt, Mann. Halt wirklich. Die versteckt sich irgendwo. Schlüssel für... Ach, Kamin-Schlüssel. Ah, das hättest du auch aufbrechen können, James. Strong. Ach, wenn du tausendmal selbst gestorben bist. Hotline Miami 2. Ich hab beide gespielt. Ah, den Zweier. Ich erinnere mich an den Ersten besser. Ich mochte den Ersten viel lieber. Der Zweite hatte dann eine zu verspulte... Story, fand ich. Der Erste war noch frisch und cool. Fand ich, fand ich, fand ich. Ist die jetzt echt weg? Warum beschwerst du dich so? Ich hab dich grad geheilt. Ist die Krankenschwester echt weg? Ist doch eine wunderschöne, starke Krankenschwester rumgelaufen. Wo bist du? Das war die schwarze Krankenschwester. Ja, warum, warum, warum? Du bist wieder aufgestanden und hast dich wieder an die gleiche Stelle gestellt. Gott, James. Krass, dass sie sich wieder da hinstellt. Gut, ist jetzt die Krankenschwester da drin oder ist sie einfach weg? Ähm, genau das, das, das. Und wir wollen ganz hoch. Wir wollen erstmal speichern. Und da hab ich noch ne Tür nicht gecheckt. Hey, Kaffee. Rennen wir. Habe ich eigentlich den, ne, 103 hab ich nicht. Ich hab keinen Hunderter, ne. Ich hab nur 300 und 200. 202 und 312. Wo ist 202? Ganz da drüben. Oder? Da unten. Ich renne. Mutig. Da kann ich rein. Oh Mann, den Raum hab ich komplett vergessen. Und da zwei. Und da zwei. Und da zwei. Und da zwei. safe steht da, ne. Musst du sein. Nein? Wow. Weißt du noch, dieses seltsame Buch, das du vorhin gefunden hast? Vor ein paar Stunden kam ein ziemlich seltsamer Kauz herein und behauptete, es gehöre ihm. Ich wollte mich nicht mit ihm streiten. Ich wollte nur, dass er so schnell wie möglich geht. Also hab ich es ihm gegeben. Kein Dank, wo er überhaupt wusste, dass es hier ist. Ich glaube nicht, dass es jemals hier zu Gast war. Dass er jemals hier zu Gast war. Daran hätte ich mich erinnert. Und ich bekomme es nicht aus dem Kopf. Ja, das Buch habe ich, glaube ich, in den Mitarbeiterbereich geschossen. Ich war, glaube ich, oben. Kamin. Ne, wo waren das dann? Entschwören, das war... Ja, ich... Es müsste aber der Mitarbeiterbereich sein. Oder... Restaurant am Seeufer. Da. Da ist es reingefallen. Weil... Ja, ich glaube da... Und da kommen wir hin, indem wir da lang gehen. Ah, hier. Ist schön. Liegt es parat. Und da ist ein... Dosenöffner drin. Keine Ahnung. Okay. Cool. Wofür? Sehen wir dann. Speichern. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Geschenkladen. Ne. Toilette. Warum ist da eine Tür eingezeichnet, wenn ich da nicht reinkomme? Warte mal, da ist auch eine Tür eingezeichnet. Hier. Hier ist zu. Warum ist da eine Tür eingezeichnet? Kann ich mich da durchschlagen? Da nebenan ist eine Tür eingezeichnet. Ich war hier doch. Jedes Mal... Jedes Mal ein kurzer Herzinfarkt. Okay. Speichern. Wir haben es bald. Wir gehen hier ganz... penibel durch. Ich kann nicht mehr Speicherstände machen. Ich habe den maximalen Platz. Ja. Egal. Jetzt ist es einfacher. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr verklicken. Dann... Dann, 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 dann... 102 haben wir doch gefunden, gell? Ja. Und zurück. Denk ich mir bei Spielen immer. Egal bei was für einem Spiel. Wann essen die und schlafen die? Aber gut. 24 Stunden kann man vielleicht wach sein bei so einem Horror. Aber irgendwann muss er ja wirklich... Was würde ich immer mögen, wenn es zwischendrum so eine Cutscene gibt, die kurz zeigt, wie man sich erholt oder irgendwas isst. Aber auf der anderen Seite, in dem Spiel, da geht es hier nicht drum. Bei Last of Us, da passiert sowas. Heddy. Zu viel Abstand. Okay. Schauen wir mal, wenn wir in der Bar waren, haben wir diesen geilen Raum gefunden, mit echt gutem Zeug drin. Der Raum war nur dafür da. Geil. Okay, dann haben wir hier alles. Dosenöffner. Okay, dann können wir jetzt... Wir haben auch... Also genau, wir gehen hoch in den... In den Konferenzraum. Ich habe mich verlaufen. Aber was kommt denn in diese Spieluhr rein? Ich erkenne auch nicht mal, was das sein soll. Wahrscheinlich... Wenn es eine Spieluhr ist, wahrscheinlich drei Figuren. Mal wieder gucken. Ist da wer? Und dann... Nach da. Wobei ist es eigentlich egal? Beide Seiten haben, glaube ich, Türen... Äh, Treppen. Ich habe was gekrabbelt. Am Krabbeln. Ich habe was krabbeln gehört. Ich glaube, nach links. Ah, ne, geradeaus. Jetzt irgendwelche Gegner hier. Wäre so gemein. Okay, Kamin. Als eine Figur. Okay, es sind Figuren, ja. Figur von Aschenputtel. Wer hätte das gedacht? Mr. Pyramidenkopf? Und sie es? Goddammit. Whoa. Sehr schnell. Oh, okay. Nee, das ist keine XSL-Hose, das ist eine Zwangsjacke. Das waren die, die die ganze Zeit unter uns waren, als wir über die Gitter gelaufen sind. War hier ein Speicherpunkt? Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Okay, ich darf nicht Panik schieben. Schlaghose. Ich darf nicht Panik schieben, ich muss einfach langsam beobachten und gezielt ausweichen und nicht aber die ganze Zeit Kreis spammen. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin der Weg. Möchtest du nachladen? Musik hat noch nicht aufgehört. War das noch nicht mal ein Mini-Boss, sondern war das einfach der Gegner? Dafür hat es ein bisschen zu viel geschluckt. Ne, ne, das war schon ein Zwischenboss. Das war nicht einfach nur ein Gegner. Wie es nicht aufgehört hat. Okay, gut, 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 gut. Speichern. Speichern. Hashimoto, danke schön für deinen Raid. Ach, der Raum ist neu, genau, er ist hier reingekommen. Sie, glaube ich, sind alles Frauen. Warum sind das wohl alle Frauen, James? Warum sind deine bösen Gegner alles Frauen? Hashimoto, was gab's? Wir waren ja zum Urlaub dem Letzt, geiles Wort, in Dublin und Galway. Seit wir hier sind, überlegen wir echt, dort länger bleiben zu wollen. Kann ich dich fragen, ob es Orte gibt, wo Mieten noch erschwinglich sind? Weißt du das vielleicht? Überall außerhalb von Dublin sind Mieten erschwinglich. Aber wenn du in Dublin leben willst, Dublin und Umland sind einfach sackenteuer. Aber wenn du jetzt, ich schätze mal, Galway ist lange, oder Cork ist lange nicht so teuer wie Dublin. Jetzt halte ich Frage, ob du nicht in deiner Hauptstadt leben willst. Weil wenn du nicht in Dublin lebst, dann, wenn du von der Insel runter willst zum Beispiel, dann fährst du nicht 15 Minuten zum Flughafen, so wie ich, sondern 5 Stunden oder 3 Stunden. Ja, also, muss man halt abwägen. Aber klar, Irland ist an sich ganz normal wie Deutschland, nur halt Dublin ist so abnormal. Aber hast du das selber schon bemerkt, wie teuer es hier ist, oder? Sagst du es nur, weil ich das immer sage. Vorhängeschloss, aber das habe ich das nicht auch inzwischen, kann ich das nicht auch inzwischen wegmachen? Ach nee, es war aber, das war ein Schlüssel. Okay, dann kann ich von hier hinten durch. Aber das heißt, der Urlaub hat euch sehr gefallen. Blood Red. Leute, es ist nur Farbe, es ist nur Farbe. Okay. Okay. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, wohin. Ich kann eine Figur einsetzen, aber das wird da nichts bringen, oder? Ich hatte noch nie so viel Zeug. 202, das ist ja auf der anderen Seite. Oder mal 202 ist nicht auf der anderen Seite. Da muss ich doch hinkönnen. Hier. Eben, da kann ich doch hin. Nur ich war da noch nicht. Ich war in dem ganzen Bereich da drüben noch nicht. Was ist eigentlich da? Irgendwas müssen wir mit einem Apfel machen, ja. Wir können auch Dose aufmachen, Apfel rein. Wir brauchen nur noch... Warte mal. Warte mal, ich trottel. Äh. Okay. Und jetzt? Offene Farbdose. Kombinieren. Rotes Licht. Vielleicht kann ich die jetzt unten reintun. Dann bräuchte ich nur noch eine Sache. Auf jeden Fall 200... Der ganze rechte Bereich ist einfach begehbar. Wieso war ich doch noch nicht. Ich hab die Tür aufgeschlossen und dann gesagt, nö, da will ich nicht rein. Dank deinen Tipps auch. Ach. Das waren ganz Standard-Tipps. Okay, aber ich muss sagen, Chrissy, ihr wart im Urlaub. Allein, dass du schreibst, Verkehr war echt angenehm, muss ich sagen, bitte was? Dublin? Dublin, ne? Immer Dublin. Dublin ist die stressigste Stadt der Welt darin zu fahren. Europas. Sagen wir Europas. Also ich verstehe nicht, wie du sagen kannst, es war angenehm. Es ist hier der Horror zu fahren. Weil die Leute nicht Auto fahren können. Das ist schrecklich. Ähm. Deswegen, man darf immer Urlaub und tatsächlich dort leben, ist immer nochmal was ganz anderes. Aber ja, wenn du rausfährst und an Landstraßen fährst, ist aber auch anstrengend, weil die Landstraßen super schlecht, ähm, also Schlaglöcher und halt eng und Gegenverkehr. Oh mein Gott. Die Rätselkommi war gerade weird, wie manche Lösungen bei Point & Click. Ja, ich meine, ich dachte eigentlich, dass ich den Apfel reintue und dann den, ich dachte eigentlich, dass ich die Scherben von der, die Scherben von der Glühbirne nehme und den Apfel und dann mache ich daraus Apfelkompott und dann habe ich endlich was zu essen. Und dann ist James glücklich. Aber es ist logisch, da ist Farbe drin und deswegen mache ich dann den, die Glühbirne rot. Nur ich wüsste gar nicht, warum ich eine rote Glühbirne brauche. Aber vielleicht, ich meine, es ist ja jetzt viel früher, als ich es wahrscheinlich brauche. Wahrscheinlich wäre mir das noch ein bisschen besser erklärt worden. Was hatten wir vorhin? Wir hatten, nee, wir hatten aber nicht Löwe. Wir hatten doch im Gefängnis diese vier Tiere, aber es war nicht Löwe. Gute Nacht. Da geht jemand ins Bett. Ich höre Stimmen. Creepy Stimmen. Okay, ich muss zuerst killen gehen, bevor ich jetzt ein Rätsel mache. Die Stimmen sind zu gemein. Ich muss die Bücher da einsetzen. Zwar nach diesem Bild wahrscheinlich. Okay. Was hat denn damit zu tun, dass Deutschland der Knotenpunkt ist? Warum soll dann der Verkehr da schlimm sein? Der Verkehr hier ist schrecklich, weil zum einen lernen die Leute nicht gescheit Auto zu fahren. Das wissen wir inzwischen anhand von Leuten, die gerade ihren Führerschein machen und sowas. Also bemerken wir das? Was die beigebracht kriegen und so? Allein, das habe ich hier mal eine Stunde lang mit Paint erklärt und mich darüber aufgeregt, wie hier Kreisverkehre funktionieren. Das ist eine Unverschämtheit. Du musst blinken. Und nicht zum Rausfahren. In Kreisverkehren hier. Und ich mache es jetzt auch immer, weil ich nicht der eine sein will, der angehubt wird, was mir oft genug passiert ist. Aber ich schüttle jedes Mal den Kopf dabei. Und ein großes Ding ist halt, Dublin ist uralt. Und jede Straße hier in Dublin ist einspurig. Das heißt, wenn einer langsam fährt, fahren die 100 Autos dahinter auch langsam. Also du kannst nicht, so wie in Deutschland, wenn du einfach zwei Spuren hast, überall auch in der Stadt, dann sagst du einfach, okay, ich fahre an dem jetzt vorbei. Vorbeifahren, sowas gibt es hier nicht. Das ist alles eine Kolonne. Jede Straße ist einspurig, weil kein Platz ist. Schlimm. Aber es geht doch nicht anders, ne? Du kannst nicht die ganze Stadt abreißen. Es gab hier halt keinen Krieg, der die Stadt komplett niedergeäschert hat. Eingeäschert hat? Liehst du trotz dessen, dass du dort wohnst, gerne mal in Pubs und gönnst dir eine Runde Livemusik? Ich war hier noch nie in einem Pub. Und ich war noch nie, erst recht nicht, bei Livemusik in einem Pub. Ich war dort so daneben. Das liegt aber nicht daran, dass ich hier nicht lebe. Das liegt daran, dass ich das allgemein nicht gerne mache. Die Pubs sind schrecklich, finde ich. Ich gehe gerne in ein Restaurant und esse da was. Aber ein Pub ist voll mit schreienden, stinkenden, besoffenen Leuten. Ich weiß nicht, was daran Spaß macht. Ich merke schon, da ist die komplette Touri-Ding durchgemacht. Gehen wir erst mal in den Pub und hören uns ein bisschen Musi an. Musi an. Ja, ist ja gut. Aber mir gefällt es aus gar nicht. War ich nicht in 210? Was? Hä? Okay, danke. Deswegen renne ich immer volle Kanne gegen die Türen, damit es registriert wird. Ich war da. Hallo Stabilo. Auch nicht so stinkig, wie du denkst. Es ist ja ein Unterschied, ob du in ein Restaurant gehst. In ein Pub sind ja auch Restaurants. Und so, aber wenn ich an Pub denke, dann denke ich an, du kannst dich kaum bewegen, weil alle Schulter an Schulter stehen. Und jeder stinkt nach Alkohol. Und überall stinkt es nach Alkohol. Und überall stinkt es nach Alkohol. Du lenkst mich nicht ab. Und er ist da runter. Kommst du zurück? Letzt mich jetzt looten erst, bevor du zurückkommst. Du kommst aber nicht zurück, oder? Oh Mann, der nervt. Irgendwann ist da keine Toilette, sondern eine Hose. Hast du es schon mal bereut, nach Irland gezogen zu sein? Ja und nein. Jein. Hm? Hm? Wie man Hitze nicht mag, ist Irland bestimmt ein gutes Fleckchen. Ihr habt alle den falschen Eindruck von diesem Land. Dieses Land hat wunderschöne Temperaturen. Gell, Chrissi? Wunderschönes Wetter hier. Weil mein PC einfach so eine Hitze ausstrahlt. Wie das im Sommer hier wird, weiß ich nicht, wie ich das aushalten soll. Wie viele Lücken sind denn hier? Ah, vier. Will ich zuerst die anderen Räume anschauen? Ich guck jetzt alles an. In den sechs Tagen einmal Regen und sehr windig, aber damit haben wir eh voll gerechnet. Ja, windig ist überall, wo mehr ist, ja. Aber wenn du bei den Cliffs auf dem Moher stehst, ja, da bist du... Da denkst du wirklich kurz so, okay... So werden Menschen also weggeweht. Ich wusste, dass da noch was kommt. Was ist das andere, Mann? Was ist das andere, Mann? Schau, die hat nicht realisiert, dass die Tür zu ist. Okay, sie ist auch offen. In Irland gibt es weniger Tage, wo es 30 Grad hat. Hier gibt es gar keine Tage, wo es 30 Grad hat. Dafür gibt es auch keine Tage, die unter 0 Grad sind. Und... Es ist hier immer April. So ist es ganz einfach zu merken. Es ist hier immer April. Bester Raum. Einfach leer. Wirkt so komisch. So ist das echt so? Okay. Kennst du Conor McGregor? Klar. Persönlich. Nein. Aber klar. Hast ihn getroffen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Liebste im ganzen Land? Zieh sie ab, die schöne Haut, bis das faule Fleisch vorschaut. Geil. Apfel. Was? Ich habe wirklich den Abfühler gerade hin. Wofür? What? Okay, das check ich nicht. Mal schauen. Ne, so. könntest du mal? Gut. Okay. Ich hab eine Scheibe nicht. Oh, okay. Nee. Vielleicht doch nicht. Ist auch hier so, ja. Oh, wie geht hier der Apfel? Das faule Fleisch oder so, vielleicht? Ja, der hat ja ein Restaurant, hab ich dort erst rausgefunden. The Black Forge. Leider hab ich's nicht hingepackt. Wollte eigentlich mit Hoffnung ihn dort zu treffen, aber Wahrscheinlichkeit wäre wohl nicht so hoch. Er ist ja immer voll unterwegs. Ja, ich weiß nicht. Ich muss so schauen, ob der da überhaupt auftaucht. Nur weil jemand ein Restaurant hat, heißt ja nicht, dass du da bist. Das ist ja nur der Name. Also, er hat das vielleicht gemacht, aber alle anderen dort machen das. Der muss da wahrscheinlich gar nicht erscheinen. Aber vielleicht ist da trotzdem natürlich manchmal auch Spaß da. Einfach. Okay, was passiert? Das tut mir leid, der Apfel macht gar keinen Sinn, aber ich habe ihn tatsächlich da hingelegt. Okay. Und jetzt? Hä? Soll ich drauf schießen? So geil, direkt wieder kaputt. Kann sonst nichts machen. Das hat jetzt irgendwas geändert. Spiegel. Abgehakt. Hä? Okay, das ist bis jetzt das verwirrendste ever gewesen. So nicht schwer, aber warum sollte ich es tun? Vielleicht ist das optional für irgendetwas. Weil ich habe ja diesen Schlüssel gefunden, aber... Ja, wahrscheinlich verfaulte Haut, Apfel. Oder ein Apfel wäre der Spiegel nicht schwarz geworden. Warum ist jetzt bei 201 noch ein Ausrufezeichen? Das ist die Rückseite von dem Spiegelraum. Ach geil, jetzt steht da die Figur, weil das die andere Seite ist. Okay, nice, cool. Bisschen weird. Aber ja, warum nicht? Dann fehlt da noch eine. Und die ist Bücherregal wahrscheinlich. Unter den beiden. Oh, zwei Stück, ey. Oh, zwei Stück, ey. Jetzt sind wir noch mehr. Alter! Da! Uncool, man. Uncool. 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 Ich krieg sie nicht. Alter, fall doch mal runter. Sind verschämt. Ah, das war die Figur von Schneewittchen. Ja, okay. Reicht jetzt. Ich hör immer noch was. Warte mal, woher da rum? Sogar jetzt zwei Ausrufezeichen bei der 206. Warum denn zwei? Das Bücherregal wird wegfahren und dann werde ich da hinkommen, wo das Bücherregal ist. Äh, wo die zwei Fragezeichen sind. Äh, wo die zwei Fragezeichen sind. Äh, I'm telling you. Ja, das sind Roadhouse mit Jack Gyllenhaal und Post Malone. Ähm, wusstest du, dass die Schläge in, äh, Roadhouse CGI sind? Also die schlagen wirklich, aber die schlagen Säcke, damit die Säcke, damit der Schlag richtig echt aussieht. Also jede Kampfszene ist quasi siehst du den Kämpfer alleine und dann haben sie nochmal die andere Seite alleine aufgezeichnet, wie sie gegen Säcke schlagen und dann wurde das perfekt CGI mäßig ergänzt und die Gesichter ersetzt, dass die Gesichter getroffen werden. Und, äh, deswegen sehen die Schläge in Roadhouse so unglaublich echt aus. Oh, Jack, aber, äh, Conor McGregor war schon mehr in Filmen. So, das hat irgendwas mit den Büchern zu tun. Adler, Löwe, Stier, Flügel. Das sind Speere, oder? Wenn das die Speere sind, dann ist es umgekehrt. Dann ist rechts unten Löwe. Äh, Löwe, Stier, Löwe, Stier, Adler, Vogel. Löwe, Stier, Adler, Vogel. Ja, woher soll ich wissen, welches es ist? Okay, ich habe einen Grafikfehler. Da ist ein Buch. Ach, da ist ein Symbol drauf. Okay, erstmal alle einsetzen. Da sind Symbole drauf, Mann. Ähm, Löwe. Stier. Ja. Gute Nacht, Maure Dieven. Red Room. Da brauchen wir wohl eine rote Glühbirne. Dann wäre ich spätestens drauf gekommen. Glühbirne, Rot, Farbe. Sündloses Bild. Hallo, Pfleger Tim. Hallo! Sindloses Bild. Hallo! Dankeschön, Dankeschön, Chefbär, hallo Carrie, hallo Alva, hallo Tim, Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Wir sind relativ, ich würde sagen, beim Finale von Silent Hill 2, also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, tut mir leid. Wir sind so ziemlich, schau, was für ein Tipp das hier allein ist. Also logisch, da geht es ja wohl nicht mehr, dass man das hier machen soll. Lied dann. Lied hier ein bisschen mit Silent Hill 2, wenn ihr Bock habt. Es ist gruselig, es ist echt geil gemacht. Ich habe das Original schon geliebt. Und das hier wird aufgehen müssen. Ich meine, hier sind doch die zwei Fragezeichen, Ausruhezeichen. Also irgendwas muss ich hier machen. Oder vielleicht auch nicht. Ohne Figur zu kriegen. Was habt ihr Schönes im Stream gemacht? Woher soll ich das denn wissen? Ach, da stehen, achso, da stehen zwei Namen. Ich dachte, Zahlen. Okay, deed dann. Deed dann. Ich sehe das aber nicht. Ja, doch hier. Oh Gott. Die De. Und? Employee-Elevator. Wo war der? War der nicht oben, ne? Nee, der war... Der war doch in irgendeiner Ecke. Ach da, Mitarbeiteraufzug. Okay, einmal rum. Achtung, neue Gegner. Eventuell. Speichern. Das. Das. Oh, oh, oh. Nochmal speichern. Ich sage ja, im Speicherraum gibt es keine Gegner, aber ich wurde jetzt schon öfter im Gegenteil. Überwiesen und bewiesen. Dem Gegenteil bewiesen. Bei Sachen, bei denen ich mir fest sicher war. What? Ich muss alles abgeben? Warum? Muss ich? Uncool. Muss ich? Was sagt dann der Aufzug, du bist zu schwer? Wahrscheinlich, ne? Das will ich kurz testen. Der nehmt jetzt eine Sache mit. Ja. Die paar Papiere sind zu schwer. Gibt nur einen Stock. Okay, ich hab nichts. Ich kann nur laufen. Ich kann auch nicht schlagen. Und da... Oh Gott, ist das ne Stealth-Sache? Ich kann nicht... Ich kann nichts. Und da hängt schon ein... Ne Zwangsjacke. Zwei Zwangsjacken. Ich hab nicht mal ne Karte. Ich hab nicht mal Licht. Ich hab nicht mal Licht. Boah, was seh' ich grad, dass du TikTok hast. Wusste ich gar nicht. Ich hab alles. Außer Facebook. Dankeschön, Basti. Eine Person plus ein Papier. Zu schwer. Reicht es einfach stehen zu bleiben? Was sie ja nicht sehen. Kommen die hier rein? Ich kann mich nicht mal heilen. Ich hab nichts. Bestandteile einer Puppe. Das werden wir wahrscheinlich gleich nochmal machen müssen. Erstmal gucken, was es hier alles gibt. Da kann ich krabbeln. Hier ist auch kein Gegner. Das heißt, ich kann in die Räume rennen und werde da in Ruhe gelassen. Dann kann ich die Räume aufmachen. Ja, und hier finde ich die Bestandteile von der Puppe wahrscheinlich. Ich kann mich sogar heilen. Ich muss nur alles hier einsammeln. Das ist was. Das ist was. Was? Okay, 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 okay. Was ist das, was ist das, warum hab ich da für ne Trophäe gekriegt, was war das? It's bread, du Schwein. Interact with bread, it's bread. Ein Option-Ask ist nicht wirklich optional hier. It's bread. Hallo. Da hätte ich gerade... Ach, hier war ich gerade? Hier stand ich gerade. Ich bin den ganzen Weg zurückgegangen. Ich will eigentlich gar nicht weitermachen mit so schlechtem Leben. Ich würde hier auf dem Boden liegen und krabbeln. Was ist das? Oh, ich hab ne Karte. Okay, das ist mir viel zu stressig. Guck dich doch mal viel krasser. Ich muss das da lesen, was da steht. Ich bin Johnny, ein heißer Typ. Okay. Ich liebe solche Troll-Erfolge. Okay. 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 Nothing works, it just won't wash off. Oder new sheets. Sonst nix? Lame. Nein? Sch outro. Der Tresor ist optional? Ich schätze. Irgendwas muss jetzt aufgehen Jetzt bin ich so krabbelst du weiter? Richtig dumm. Fernsehzimmer, wie soll ich... Ich dachte der hat mich vergessen oder so. Ich mag den Teil nicht. Ich mag den Teil nicht hier. Jetzt bin ich auch wieder dran vorbei. Wo ist denn die Exit Tür? Da. Cool. Ich mag es hier nicht. Ich check nicht was ich machen soll. Das ist zu. Das ist zu. Mein Kleider ist zu. Alles ist zu. Der Wäscherei war nix. Okay Büro. Das Büro da anscheinend habe ich nicht gescheit gecheckt. Das ist ein bisschen mehr Edelstein als ich habe. Ich habe Pistolen Munition. Okay. Ich kann mich heilen, auch wenn es nichts bringt hier unten irgendwie. Sag nicht, dass hier ein Viech ist. Ich hasse Stealth Missions, wo man gezwungen wird zu stealthen. Optional ist ja alles super. Gezwungen werden? Ach. Der Teil war safe, nicht im Original. Not in my original Juwelenkiste. Ja, ich habe zwei. Vielleicht habe ich die anderen nur noch nicht gesehen. Was für ein Symbol muss ich machen? Ich meine vielleicht reichen zwei. Ich kann so nicht wirklich was bewegen. Aber... Ich war jetzt in jedem Raum. Okay, noch eine. Ich kenne die Räume schon auswendig. So lange sind wir schon in diesem Hotel. Das Layout von jedem Raum. Okay. Kann ich mit drei Steinen was anrichten? Was soll denn das Symbol sein? Die Menschen sollten gerade sein wahrscheinlich. Oh mein Gott. Du, ich habe gerade erst angefangen. Ich wollte die Menschen nur gerade stellen. Ist das eine 7 oder eine 1? 1 4 1 4 oder 7 4 1 4? 1 4 1 4. Und hier steht es auch wahrscheinlich. Ne, hat er nicht eingetragen. Okay, jetzt muss ich noch wieder in den Raum kommen. Aber das sollte nicht so schwer sein. Okay. Okay. 7 4. Oh. Da ist die... Da ist die Kassette. Die Kassette, Mann. Das alles erklären wird. Okay. Das alles erklären wird. Der Keller ist genau gegenüber. Wenn jetzt einer mich trifft, ich werde so stinkig. Ich sehe nichts, Mann. Okay, bitte lass es das gewesen sein. Okay, wir gehen noch tiefer. Ich mochte das nicht. Bitte nicht nochmal. Irgendwie sowas. Was? Oh. Warum? Uff. Wie viel? Okay. Das ist das Letzte. Oh. Keiner mag sowas. Keiner mag sowas. Vor allem wenn du halbtot bist. Gab es da gerade ein Autosave? Ich sehe nicht mal was. Also wenigstens nur eins diesmal. Es ist so dunkel, es fällt mir echt, es ist alles blendet. Ich muss mein Licht mal ausmachen. Okay, so ist besser. Ich muss ein bisschen was sehen. Das war unglücklich. Das probieren wir einfach nochmal. Ich sehe einfach nur schwarz. Geräusche kommen irgendwie auch von überall. Da kann ich dann durch, wenn ich das weg gemacht habe. Mensch komisch, hier verstecken sich gar keine Hosen. Okay, ich war sogar fast schon in allem drin. Ich habe den Schatten gesehen. Wo ist denn das Ventil denn? Wie, ich komme da nicht durch? Nein. Ach, ich muss da durch. Ich dachte, ich kann da erst durch, wenn ich das Ventil gedreht habe. Aber ich muss hier hin, um das Ventil wahrscheinlich dort zu drehen. Okay, hier ist das Ventil. Und da drin ein Schlüssel. Oh shit, du kannst wahrscheinlich hier drüber klettern, ne? Das ist ein bisschen der Sinn von euch. Das hörst du jetzt? Gebt mir bitte ne fette Heilung. Yes. Alles schwarz. Natürlich passiert jetzt was, wenn ich das abziehe. Dann ist kein Auto safe und ich muss den ganzen Keller nochmal machen. Wo muss ich lang? Einfach nur wieder da zurück und die Tür aufmachen wahrscheinlich. Nein. In die Bar. Warum ist da noch ein Ventil? Heißt, ich muss das Ventil wieder andersrum drehen? Das macht Sinn. Hier ist noch eins. Sag bitte, dass ich das einfach wieder abnehmen kann, James. Wie bei den Aufzugstasten, ne? Einfach die andere Aufzugstaste abnehmen. Okay, gut. Guck mal, James. Sowas kann man mit Aufzugstasten und Allgemeintasten auch machen. Die sind universell. Man muss nicht drei finden. Hallo, Emure. Heißt du Emure wegen der Band Emure? Ich liebe Emure. Dankeschön. Ähm. Natürlich kannst du damit japanische Gameboy-Spiele spielen. Selbstverständlich. Das wäre dann sinnlos. Wenn ich mal ne Koop gehabt hätte. Ich hab die ja inzwischen gefragt, als ich das zweite Video gemacht hab mit dem Multiple-Shiny-Hunting. Ähm. Dass man mehrere anschließen kann zum Shiny-Hunting. Ähm. Da hab ich die gefragt. Und die haben gesagt, die haben nicht so ein System. Aber sie haben mir halt dann den GB Operator, den zweiten, umsonst geschickt. Ich wollte nicht so frech sein und sagen, kann ich bitte vier haben. Ähm. Aber ja, die haben kein so ein System, dass man... Ein Affiliate-Link, der nicht, dass es mich reich gemacht hätte, aber das hätte mich reich gemacht. Oha. Wassersim. Angeln. Zuerst speichern. Dann die letzte Figur aufheben. Ich hab jetzt auch einen und kaufe mir deinen zwei- bis dreimal selber. Geil. Da ist sie. Meerjungfrau. Okay. Back in the Hotel. Ah, jetzt hier der Keller. Wir haben alle Figuren. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich den... 3F-Schlüssel. Die ist super, Libia. Ich mein, das ist ein winziges kleines Unternehmen, die das entwickelt haben und so. Haben mir auch sofort geantwortet. Ist das wichtig? Okay, ich kann gar nicht alles überall einsetzen. Was? Okay. Oh mein Gott, ich muss die anderen abholen von dem scheiß Aufzug. Ich mein logisch, aber come on. Ich mach's doch irgendwie so, dass ich beim Aufzug rauskomme. Ich hab nicht mal... Deswegen kann ich die Karte nicht aufrufen. Ähm... War das jetzt da oder da? Was war hier? Ja komm, das ist alles uncool, was hier grad passiert. Da ist es. Oh mein Gott. So viele High-Items und sie bringen einem nichts mehr. Ah, das ist die japanische Silbenform. Emuri. Die ist mega underrated. Nö, die sind nicht underrated, die sind super bekannt. Sie werden halt von allen gehasst, weil er ein Arschloch ist. War nicht Arschloch genug, als dass ich sie nicht hören würde. Ähm... Okay. Dann setzen wir die Sachen ein. Wir sind wieder ausgestattet. Und dann geht's jetzt, glaube ich, langsam zum Finale. Aber da sind noch so viele Räume, die wir dann anschauen können. Oh Gott. Hm. Das stimmt jetzt nicht. Da muss ich... irgendwas machen. Ne. Sieht relativ richtig aus. Das andere war richtiger. Ups. Okay, da geht nur das. Oh Gott, jetzt... Halt, das war's. Äh. Ja, das muss das aber sein. Ich muss irgendwas drücken. Oh Gott, die inneren Dinger kann ich auch bewegen. Oh shit. Okay, das habe ich nicht gesehen. Oder Absicht. Hier. Ey, komm. Was stimmt jetzt nicht? Okay, es stimmt nicht 100 pro. Aber es reicht doch. Aber es reicht doch. Mach keinen Sinn, das muss das sein. Und hier gibt's nur das eine. Und hier gibt's nur das eine. Aber wenn's das ist, dann führt es nirgendwo hin. Stimmt, das kann's gar nicht sein. Hä? Bewegen. Super verwirrt. Es stimmt alles. Aber hier stimmt's nicht. Wahrscheinlich ist die obere Tür einfach egal. Was kann nicht sein? Weil jetzt stimmt das. Wow. Hallo David. Spielst du's heute noch durch? Ja. Ich hab's gleich. Ich check's null. Muss ich irgendwas machen? Ja eben, da ist ein fucking Schalter, Mann. Was mit drei begann, wird eine bald, wird eine bald beklagen. Sieben gute Seelen öffnen ohne zagen. Einst tauscht gegen zwei, so wanderte sie fort, die Liebe der fünf. Sie brachte sie zurück in diesen Ort. An diesen Ort. Verspottet von den beiden schuftete sie schwer. Einen ließ sie dort, sie fand den Weg hierher. Was? 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 Okay, ich lad die auf. Also sie müssen unterschiedlich lang aufgeladen sein. Aber ich kann oben die Platten nicht mehr verstellen. Ich muss sie unterschiedlich lang aufladen. Aber jetzt geht nur die eine los. Die dürfen sicher nicht in die Quere kommen. Aber da hat sie auch grad nicht. Ach shit, Mann. Wie schwer ist es? Gibt es dafür irgendwie einen Hinweis? Was? Die obere Tür ist gar nicht aufgegangen. Okay, warte mal. Wann geht die obere Tür auf? Sie war zu schnell. Eins, zwei. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Okay. Aber dann kommt sie gar nicht bis dahin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier doppelt so lang. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. F12. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. F12. 13, 14, 15. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben. Sieben, fünf. Zuerst war ich komplett verwirrt, aber das geht. Sieben, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Sieben, fünf. Eins, zwei, drei. Sieben, fünf, zwei. Sieben, fünf, eins. Sieben, fünf, eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Richtig. Also zuerst war ich super verwirrt, weil ich nicht gecheckt habe, dass man unten drücken kann und sowas. Aber es ist ein richtig cooles Rätsel. Richtig cooles Rätsel. Noch nie so ein Rätsel gehabt in irgendeinem Spiel. 3F. Feichern. Wenn du selber dran sitzen würdest, würdest du genauso wie ich brauchen. Ich meine, es war klar, zuerst dachte ich, die kommen sich in die Quere, deswegen müssen sie verschiedene Zeiten haben. Und dann war klar, nee, die müssen verschiedene Zeiten haben, weil die Tür sich erst ab einem gewissen Punkt öffnet. Ach, hier geht's gar nicht hoch. Hab ich nie eingezeichnet. Hab ich hier eigentlich jemals alles gemacht? Ja. Es ist soweit. Das war jetzt eben doch um einiges länger, als man dachte, ne? Wegen diesem Keller. Aber wir haben auch echt alles durchsucht. Das machen wir jetzt auch mit dem letzten Bereich. Da rennen wir sofort hin. Aussichtsraum. Also komplett vorbei ist es nicht, wenn wir bei dem Zimmer sind. Der hier ist. Ah ne, da ist noch was. Are you ready? Mary? Truly special. Erstmal alles durchsuchen. Seid ihr bereit, die VHS anzuschauen? Ich wadet die Zeit. F Dank. Sehr gerne. Hišku. Tal vezat qu richtige Zeit eine Lanche. So lange ich es. Ring, Samara. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. That's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. You can't get that much, James. You can't get this much time. I don't know if you're right. This is how I love you, James. I'm a big fan. You can't get that much. We're so rude. I don't know if I'm going out. I don't know if I will. It's easy. I mean, I don't know if I'm going out. I know if I need to go out. I mean, I'm not good anymore, James. I don't know if I can't do it again. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Why? Why? I'm sorry. Mary, you know, isn't here. James! James? James! Where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please, come to me. Do you hit me? Please, why won't you come? But where? Where are you? You're so close now. Please, don't get up. Don't leave me out here, James! See you, where the room is? The room is just gone. The room is just gone. The room was not gone. I'm just not in the room. Do you have any time? Do you have any time coming? Yes. Do you have any time? I'm not in the room. Ich habe Angst, dass es jetzt echt noch ewig geht. Guck mal die ganzen Räume an. Auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass es noch ewig geht. Aber ich weiß auch nicht, wie lange sie das Spiel noch die Länge gezogen haben. Oh, was war das? War da nicht gerade ein Viech auch? Aber jetzt kommen gerade keine Viecher. Die Szene habe ich nicht kapiert. Mit dem Videotape. Auf dem Videotape hat man gesehen, dass James Mary umgebracht hat. Aber wir wissen nicht, warum. Nur um das mal ganz klar zu sagen. Wir wissen nicht, warum. Und Laura ist das Mädchen, das mit Mary ein Zimmer geteilt hat im Krankenhaus. Also nicht hier, sondern im Krankenhaus, wo wir waren. Fuck ist dieses Labyrinth hier. Oder ist gut? Wir sehen uns hier, wo wir sehen. Wir sehen uns hier. Oder ist das niederländischeoner. Ich guck alles durch, ich guck alles durch. Warum ist da ein Fragezeichen mitten im Raum? Will ich, dass es zusammenstürzt? Stehen bleiben? Bist du das? Nein. Was bringt mir das? Ach hier. Labyrinth. Labyrinth. Warum ist da ein Fragezeichen? Macht mich fällig. Warum ist da ein Fragezeichen? So, da. Wo ist das? Hier. Was? Okay, dann da. Ah, hier. Ich will noch alles mitnehmen, was ich kann, denn es kommt noch was Fettes. Ich bin mir sehr sicher, dass es keine Gegner gibt. Werte ich mir wieder hier? Alter. Dein Ernst? Woher zum Teufel muss ich hin? Also muss ich vielleicht doch da bei dem... Ja, die Treppen komme ich nicht runter. Ich muss vielleicht doch beim Fragezeichen... Na, vielleicht muss ich was abschießen. Sodass der Boden einstürzt. Um... Okay. 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 Kann ich hier mal runter? Ich merke doch, dass ich hier runterfallen muss. Hallo, Miaulina. Hi. Hallo, Lustikus. Hallo, Weltenzerstörer. Was geht ab? Wir sind am Ende von Silent Hill 2. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Es tut mir leid. Aber ich komme gerade eh nicht weiter. Ich checke es nicht. Lass mich hier doch durchfallen. Müssen wir mal ganz oft drüber gehen? Kann ich hier nicht die Lösung sein. Ich will nicht schießen. Schießen kann auch nicht sein. Bleib hier jetzt stehen. Hallo. Dankeschön für den Raid. Herzlich Willkommen. Wir spielen Resident Evil 2... Äh... Silent Hill 2. Ich liebe es. Es war ein Höllen-Rip. Höllen-Trip. Es war ein Höllen-Trip. Und... Äh... Wir kommen dem Ende zu... Ich würde es jetzt gerne mal durchspielen. Aber ich checke nicht, wie ich hier durch den Boden komme. Soll ich jetzt echt schießen? Kann nicht sein. Irgendwie muss das hier umfallen. Was soll denn sonst die Lösung sein? Oh mein Gott. Da oben. Okay. Ich muss irgendwas schieben können. Ist nichts zum Schieben. Und wenn, ist es ewig weit. Da ist es noch von dem Teil davor. Ich muss irgendwas da drauf schieben. Oh mein Gott. Hier. So schnell vorbeigefahren. Okay. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Resi. Und es war ein geiler Drip. Ich stehe jetzt meiner Aussage. Und jetzt macht's boom. Und zum zehnten Mal springen wir in ein Loch. Bei dem wir uns eigentlich beide Beine brechen würden. Aber James hat die Wadeln. Von einem Giganten. Okay. Wenn die Musik aufhört, dann hab ich Angst. Sag nicht, dass jetzt die Musik aufhört. Und jetzt hier wirklich wieder Gegner sind. Bitte nicht. Ich fände es so uncool, wenn jetzt Gegner kommen. Ich will einfach stimmungsreich zu meiner Frau jetzt gehen. Mit coolen Musikuntermalungen. Looten und leveln. Wir müssen looten und leveln. Nicht, dass es zu hart wird. Was? Was? Looten. Wenn man sich vorstellt, dass eigentlich, ist jetzt die Frage, ne? Wenn James jetzt hier eigentlich durch das ganze Hotel die ganze Zeit gegangen ist. Ich würde mal sagen, es sah, es sah so schön aus, wie wir es gesehen haben. Und es hat sich jetzt wirklich verändert. Aber wenn wir uns vorstellen, dass er sich nur eingebildet hat, dass das Hotel noch schön aussieht, dann, naja. Wie ist er die ganze Zeit hier durchgegangen, ohne drauf zu gehen? Die Löcher waren vorhin nicht da. Die Löcher waren vorhin nicht da. War da gerade ein Gegner? Ich bleib dabei, es gibt keine Gegner mehr hier. Aufzug. Alter. Ich dachte, ich habe was gesehen. Und hier kam ich her. Hä? Raus. Da ist noch was. Aber das ist zu, beides. Raus ist zu, oder? Da oben. Vorsicht. Sie wird nicht geklärt. All diese Suffern. Ich bin nicht mehr sicher, ob es von einem Geist war. Wenn es das bedeutet. Ist es jetzt ausgegangen oder ist es ausgegangen, weil ich zu weit weg war? Warum klingt der Arzt immer so unfassbar, als ob der gerade Borium inhaliert hätte? Okay, da können wir gleich rein. Ist hier noch irgendetwas, was ich looten kann? Yes. Okay. Basement. Den mochte ich freundlich. Ist es das jetzt schon? Ich weiß genau, wie das Ende aussieht, wenn sie es genauso gemacht haben. Das ist es nicht. Oh Gott. Das will nicht aufhören. Hallo, Bisalina. Dankeschön, Bisalina. Das sah aus wie Munition aus, war ein Schwamm. Hallo, Bisalina. Leute, wir sind im Finale von Silent Hill 2. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, ich warne euch. Das ist wirklich das Ende, Ende, Ende. Soweit ich mich erinnere. Soweit ich weiß. Aber es kann natürlich alles sein und wir sitzen um 6 Uhr morgens noch hier. Aber ich glaube nicht. Ich muss jetzt nur langsam dahin kommen, wo ich hin will. Und hier ist auch schon die ganze Munition. Jetzt ist mir die Musik schon wieder zu leise. Das heißt doch nichts Gutes. Oh, wir sind da. Oh, sie ist auch noch hier? Ja. Mama? Du bist nicht meine Mutter. Es ist... Sie ist... Entschuldigung, Angelo. Ich denke, du hast recht. Was wir suchen, ist nicht hier. Nicht mehr. Danke für mich zu helfen, aber ich wünschte, dass du nicht hattest. Hm? Auch Mama sagte es, dass ich das geschieht. Nein, Angelo, das ist nicht wahr. Keine mich nicht. Ich bin nicht wert. Oder vielleicht, du denkst, du kannst mich zu retten. Willst du mich liebte? Wollte mich für mich? Heal all meine Schmerzen? Das ist das, was ich dachte. James. Give me back the knife. No, I won't. Saving it for yourself. Have it your way. It doesn't change anything. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. Cinema. Ist jetzt alles wieder normal? Oh, nö. Es war gerade so schön ruhig. Ich dachte, jetzt ist es einfach Endboss-Time. Also Angela ist natürlich nicht der Endboss. Okay, nein, das ist alles noch abgefuckt hier. Okay. Ich überlege echt... Ach, Mitarbeiter-Bereich. Der war komplett leer. Also da waren wir noch nicht. Stimmt. Ich überlege echt durchzurennen jetzt. Okay, wir kriegen das hin. Hallo. Wait. Ich dachte gerade, das ist Maria. Und dann habe ich zugeschlagen. Ich darf nicht zu viel Zeug jetzt verschwenden. Also ich muss noch aufpassen. Oh, du bist sogar eine ganz frische... Oh, nein. Oh, what? Nur drei Schuss? Vielleicht waren es... Vielleicht, weil es Headshots waren. Ich habe nie wirklich Headshots gemacht. Nicht, weil ich nicht könnte. Nur, weil ich nicht getroffen habe. 312 kann aufgeräumt werden. Das war mein Zimmer. Hallo. Kann es irgendwie sein, dass die Gegner geschwächt sind? Vielleicht muss ich gar nicht gegen die kämpfen. Lauter Sound incoming. Lauter Sound incoming. Daran kann ich mich so erinnern. Daran kann ich mich erinnern. Also jetzt, wo ich es sehe. Einfach so, hey. Nur, dass du es weißt. Speicher. Es sind neun Stück hier. Okay. Das war es jetzt, glaube ich. Das ist der Raum. Das ist der Raum. Der hat auch gar keinen Bock mehr, der James, ne? Das ändert sich jetzt. Das ist, äh, ja. Maria. Meere Pyramid Heads. Ach stimmt, zwei? Er ist nicht italienisch? Ah! Ich weiß, wie du bist. Ich weiß, warum ich dich brauchte. Und jetzt ist es all over. Ich muss dich nicht mehr mehr. Ich habe vergessen, dass es zwei sind. Ah ja, geh nach hinten anscheinend zur Seite. Knapp. So, schnell. Tösen zu weit. Ja, okay. Schlagen, das machen wir später. Ah, Mann, ey. Jetzt kommen wir zuerst zu spüren. Puh. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Sie werden schneller, ne? Okay, 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 okay. Sie sind schneller geworden. Ich muss sie in den Rücken schießen. Ich darf nicht dauernd auf die Beine schießen. Ich glaube, das macht wirklich einen Unterschied. Aber es ist nicht so leicht, komplett hinter sie zu kommen. Warum so dunkel? Warum so dunkel? Wie hast du dich getroffen? Das ist ein Vorhersehen. Alter, wie soll ich denn... Die sind nicht sehr regelmäßig. Ich muss noch eine reintun. Start nach, Mann. Ich habe mich geworfen. Partner. Das war daneben. Ich war so weit weg, ich war so weit weg. Ist er genau? Ja. Ist er genau? Ist er genau? Ich will eigentlich die Gewehr-Munition aufbewahren für was anderes. Ja. Ich will das mal weg. Okay, das ist aber nicht. Oh nein. Ich treffe mich gleich. Ich treffe mich. Helft nicht, ich bin zu schlecht Ich hatte am Anfang die benutzen sollen, dass ich noch langsamer war Alter Mein Troll da So wackelig Peinlich Oh Keine Ahnung, wie es dazu jetzt kommt Aber das ist jetzt geil, wenn das kommt, was ich denke So geil So cool I am worthy Ging das um Zeit oder habe ich sehen tatsächlich genug Schaden gemacht Die Pistolenschüsse waren peinlich Ja, zuerst Pistole, aber die Pistole will ich eigentlich Keine Ahnung Ich weiß halt, dass andere hätten jetzt vielleicht das Gewehr leer geschossen, was sackenstark ist Aber ich weiß halt Da kommt noch was Oh, warte mal Ist das jetzt entscheide ich mich oder wie? Mir ist beides das gleiche Okay, heißt das, dass ich nur einen besiegen kann und Oder es gibt Szenarien, wo du nur gegen einen kämpfst oder Warum zwei Türen, wenn eine reicht So, jetzt Jetzt ist aber wirklich langsam Schluss Ja, jetzt Schluss Das ist Flowers I don't want any damn flowers Just go home, alright? Look at me I'm disgusting Between the disease and the drugs I look like a monster Oh, what are you looking at? Get the hell out of here Leave me alone already I'm no use to anyone I'll be dead soon anyway It'd be easier if they just killed me But I guess the hospital's making a nice profit off of me Why are you still here? I told you to go Are you dead? Don't come back James Wait Please Don't go Don't leave me alone I didn't mean what I said Please Tell me I'll be okay Tell me I'm not gonna die Help me Neither I oikeated I don't care Cause there's no good To beöhị I'll beê cream I believe daddy I don't care That's enough That's Now I have I quién Ich muss umdrehen, vielleicht war auf der anderen Seite noch was. Was kommt jetzt wohl für ein Gegner? Ein Bild. Deswegen wollte ich umdrehen. Wegen einem Bild. Shape forces the mind. Nummer 26. Ich glaube es gibt 26 Bilder. Ich habe nicht... Ich habe einige, aber ich habe glaube ich nicht alle. Ich habe lange keins mehr gefunden. Drei, meine Damen und Herren. Are you ready To finish this nightmare? Vergesst nicht, wir haben Mary umgebracht Aber wir wissen nicht so recht Wieso Beziehungsweise gerade haben wir es ein bisschen gemerkt Wieso In dem Gang Willkommen Im letzten Raum In Silent Hill 2 Mary I have missed you so much I have missed you too We can finally be together Forever Forever No James Honey What's wrong I'm sorry I know you tried James please But she's gone I know that now Stop it And I can't just keep pretending Shut up What do you want? Do you even know anymore? I'm yours I'm here for you So what if I'm not her? I can give you what she never could I can be better than her What else do you want me to be? What else can I be? Hmm? I am so sorry Maria I really am But this has to stop It's time to let it go No No What? I won't let you do this to me I won't let you go I can't Let's go Just let me back First we'll watch I'll watch Schmetterlinge 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 Oh Fuck Fuck Oh, die Schmetterlinge. Mutten. Schwierig. Oh, die Schmetterlinge. Oh, die Schmetterlinge. Oh, die Schmetterlinge. Shit. 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 We have to see you talking, please. Oh, he's at least so hooked. Nah. Ich kann die Motten killen. Okay, weiter hiermit. 12 Schuss, okay locker. Oh. 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 Ich glaube, das ist neu. Nein, das ist neu. Oh, die haben sich die Länge gezogen. Oh, nein. Shotgun time. Oh. 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 Haha, da hängt sie an, oder was? Oh. 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 Ich schieße gleich da um auf dich, wenn ich mich gleich runterkommen soll. Oh. Ich finde ich sie noch nicht, oder konnte ich aber nicht runter? Schau mal. Ah. Shit. Check mich, wie ich die hier runterhole. Muss ich auf sie schießen. Oh. 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 die komplett neu ist ganz viele wickeljones Okay. Okay. Oh, wow. So, wenn ich die Daxos hier? Nein. So, ich habe ihn. Ist es oben mal oder so? Shit. Fuck. Start nach, man. Oh. 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 Oh, das war der letzte Gesundheitsdring? Alter, wie viele verbraucht dann. Ich hatte irgendwie 12. Oh, schlecht. Interesting. 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 Oh. 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 Das sind drei Phasen. Das war's. Das muss es gewesen sein. ich glaube ich erinnere mich dass es ein optional also ich glaube man kann sich entscheiden ob man nicht schlägt oder schlägt das war ein reflex ich kann mich nicht entschuldigen für was ich habe getan ich weiß, dass das nicht was du möchtest aber ich denke, dass es nicht mehr wichtig ist du... du bist nicht hier du bist? 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 du bist nicht hier du bist du bist chancellor Vielen Dank für den Raid. I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know, I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today, told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better, it's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me, or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Especially you. And that's why I understand if you hate me. But I want you to know. I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long. So, I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that, as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live. For yourself. And for others. Like you did for me. James. You made me happy. No more than you had a trophy. Sonst Spoilerst du dich noch, du hast gerade das Ende gesehen von Silent Hill 2, aber du warst sehr am Ende da. Bloober! Total vergessen das, ich kann nämlich einfach bei dem Monster stehen bleiben und das redet mit mir und dann kann ich es verschonen glaube ich, also ich kann mich daran erinnern. Wir können gleich das Ende noch anschauen, beziehungsweise ich habe ja den Speicherpunkt kurz davor, aber das mache ich jetzt nicht nochmal. Ganz kurz gesagt wegen der Story, sie ist unheilbar, schreckliche Krankheit, alles was sie gesagt hat und so und dann ist, ich dachte immer aus Erinnerung, dass er sie tatsächlich umgebracht hat, aus Mitleid, also von wegen sie zu erlösen und deswegen hat er ein schlechtes Gewissen. In Wirklichkeit glaube ich, hat er allgemein schlechtes Gewissen, weil er sie am Ende nicht mehr so oft besucht hat und so weiter. Weil laut dem Brief jetzt ganz am Ende hat er sie nicht umgebracht, sondern sie ist einfach im Krankenhaus gestorben dann. Oder vielleicht ist er auch ins Krankenhaus gekommen, aber warum sollte im Krankenhaus das gefilmt worden sein? Deswegen glaube ich, das VHS-Tape, die VHS war einfach nur ein Symbol, dass er denkt, er hat sie umgebracht, weil er ihr nicht helfen konnte und sowas. Das ganze Spiel ist einfach nur, es geht darum, wie ein Mann seine Frau verliert und an den Ort zurückreist, an dem sie die schönste Zeit hatten und all seine Trauer und Fehler und was nicht alles verarbeitet in einem Höllentrip. Und ich habe das schlechte Ende, weil er hat sich umgebracht. Er hat sich ertränkt, der James. Und es gibt das gute Ende, wo er, glaube ich, einfach loslässt und davon fährt und alles gut ist. Weil am Ende saß er im Auto drin, nichts ist davon dem passiert, quasi. Natürlich ist es schon irgendwie passiert, es ist Silent Hill, da gibt es Monster und alles. Aber das kann man so sehen, wie man möchte. Aber in Silent Hill geht es immer um die inneren Dämonen und ich fand es großartig. Ich fand das großartig. Ich gehe jetzt kurz auf YouTube und gucke, ob wir noch das andere Ende finden, wenn sie nicht zu lang sind. 45 Minuten geht. Dann geht das Video mit allen Endings. Kann man die... Kommt noch was? Standard, Standard, Ende im Wasser. Wir hatten das im Wasserende 1 von 8. 57 Kilometer. Ich habe 19 Stunden gebraucht. 400 Verbrauchsobjekte gesammelt. 55 Notizen. Und es gibt Trophäen, die sagen, ich weiß nicht genau, aber sowas wie nichts aufheben oder kein High-Item benutzen oder nur 10 High-Items benutzen oder keine Munition verbrauchen. Also solche Trophäen gibt es. Das habe ich alles im Original damals gemacht und es war anstrengend. Aufrufe der Karte. 679. Ich liebe Statistiken. 343 getötete Gegner. Und ich habe wirklich so gut wie alles getötet. 260 durch Nahkampf. 5400 Lieblingswaffe Stahlrohr. 700, 800 abgefeuerte Schüsse. Tode 14. Aus welchem Manöver. 1000. Okay. Du hast Zugang zum Modus Neues Spiel Plus. Okay, cool. Ja, das Spiel kann man sau oft wieder und wieder und wieder wieder spielen. New Game Plus, ja? Ja, ja. So, schauen wir mal, was es hier noch gibt. Einen Moment. Ich gehe aber schnell durch. Ja, 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 ja. Hier kennen sich auch beide. Für Allein, das ist anders. Das war die letzte, preissten Momente, die ich hatte. Wie kann ich dir ever vergleichen? Du? Das ist ein Ende, wo... Krass, ja, das ist ein anderes. Wir hatten das Ende, wo er quasi versteht, dass sie nicht echt ist. Dass er sich alles nur einbildet. Dass er sich alles nur vorstellt. Dass er... Also er versteht es. Und das ist das, wo er es nicht versteht. Und sie ihm die Schuld gibt. Also er denkt immer noch, dass alles, dass sie Mary ist und dass es seine Schuld ist. Und beim anderen, was wir hatten, hat er losgelassen. Also wir hatten eigentlich ein gutes Ende. Also, zu dem zumindest, was hier passiert ist. Ja. Da sieht man wie jetzt darüber. Wie ihr redet. Ja. Ich bin sofort hin geraten. Habe sie geschlagen. Ich trottel. Eigentlich wollte ich das machen. Hör doch auf rumzulaufen. Okay, das hatten wir. Vielleicht muss man sie doch ab. Ab. Okay, das hatten wir nicht. Das ist, glaube ich, ein Ende wahrscheinlich, wo wir uns richtig gut um Maria kümmern. Weil sie lebt noch. Und das sind wirklich Nuancen. Das ist sowas wie Spiel durchspielen. Ohne Waffen benutzen. Also jeden Gegner am Leben lassen. Sowas ändert. Oder mit ihr an bestimmten Stellen reden und sowas. Komm mal raus. Oh nein. Geht sie ja von vorne los. Geht sie ja von der Kaufe. Ja, das Ende hatten wir. Und dann, genau, das hatten wir, das Ende. Ja, und jetzt kommt das Beste, ich sehe es schon. Aber nee, es ist ein Remake, es ist mehr als das Original. Das Original ist halt mehr, es ist halt alt. Andere Kamera, andere Steuerung. Aber es ist trotzdem das Gleiche. Also es passiert das Gleiche. Das ist ein Ende. Das ist ein Secret-Ende. Was man, wenn man, ich glaube, das ist, als wir in diesem Aufzug waren und dann kam diese Gameshow. Ich glaube, die hat was damit zu tun. Man muss irgendwo im Spiel, wenn man so ein bisschen frei rumlaufen kann, muss man dieses Zimmer finden und die Antworten richtig eingeben. Dann kommt man in diesen Raum, der einfach in irgendeinem Hotelzimmer ist. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Was ist das für eine Sprache? Nee, also es ist sowas wie Rushes. Das ist sowas wie Rushes. Das ist ein Ende. Oh krass, und dann gibt es eins, wo man... Kann das sein, dass wenn man alle Erinnerungen einsammelt, passiert das hier? Können wir? Kennen wir. Da hört's auf. Kein Böses. Nichts Böses. Nein, es ist gut. Alles ist gut. Boah, ja, was bedeutet das denn dann? Er ist in den... Er ist ins Tape gegangen. Um glücklich zu sein. Mit den letzten Erinnerungen, die er hat mit ihr. Was quasi auch Selbstmord? Keine Ahnung. Man darf das nicht zu sehr alles so nehmen. Das ist einfach alles Meta-Ebene, Mann. Dafür muss man wahrscheinlich sauviel richtig machen. Alles muss man irgendwie bestimmt machen und dann das VHS-Tape reintun. Und wann passiert das? Kapitelmarker, Mann. Mach Kapitelmarker mit dem Ende Namensende. Und die immer noch die Macht geben, die sie verletzieren. Macht zu defyieren, sogar die Todes. Dann gibt es eins, wo sie im Auto sitzt. Ich weiß es nicht. I miss you so much. I am sorry. I am so, so sorry. It's okay. It's okay. Will you wait for me? James. I have always been waiting for you. 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 Then why do you look so sad? Mary... It's okay, James. Here. What is this? It's what you've been looking for. I think this is the perfect end. What? That's the end. Yes, but it's already true. Das gleiche Brief. Ah, das sind, er schaut, das sind all die, vielleicht, das sind es die ganzen Postkarten, die ich gefunden habe, also die, nicht Postkarten, Dinger, Polaroids. Was sie sagt, ist gleich. Also, sie lesen den Brief. Aber woher hat er den Brief? Weil, soweit ich das denke, hat er immer diesen Brief gehabt. Vielleicht hat er sich nie getraut, den Brief komplett zu lesen. Ja, ihr könnt ja noch die restliche Nacht damit verbringen, Explain-Videos anzuschauen, was das alles bedeutet. Ich werde das tatsächlich irgendwann mal machen. Ich habe das damals auch gemacht, als ich schon das erste Mal durchgespielt habe, aber ich habe alles vergessen. Aber ich mag sowas. Ich mag auch solche Filme. Ich kann mal drüber nachdenken. Es gibt zehn verschiedene Interpretationen, was es bedeuten könnte. Ist es wirklich passiert? Ist es alles nur ein Traum? Ist es die Hölle, die er durchlebt hat? Ist es das kleine Mädchen, Mary? Ist es das Kind, was sie nie hatten? Wer ist Eddie? Warum sind die alle da? Warum sind alle Monster-Frauen, die irgendwie sexy, aber eklig sind? Hey. Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich finde es genial, das Spiel. Ich finde es sehr gute Umsetzung. Hier und da Grafikfehler. Dieser Stealth-Teil hat ein bisschen genervt. Aber es ist was Neues. Sie haben hier und da neue Sachen eingebaut. Ich finde es großartig gemacht. Vielleicht ist es ein paar Leute zu slow. Aber wenn du es wirklich slow spielst, dann bist du so richtig in diesem Terror drin. Und ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt. So richtig, so richtig mich da rein zu rein zu versetzen. Richtig slow zu spielen. Und jetzt Shiny handeln wir. Die Endings sind sehr verwirrend, aber das habe ich von Anfang an gesagt, dass ihr nicht erwarten könnt, dass es so ein Detektiv-Ende ist, wo alles erklärt wird, was passiert ist. Das heißt, du kannst entscheiden, was passiert ist. Oder du liest dir jetzt ganz viele Berichte durch, was die Pros denken, die alles durchgeblickt haben. Oder vielleicht gibt es Interviews mit den Machern. Und ich glaube, die haben nichts geändert an der Story. Die Story gibt es seit 25 Jahren. Und ich würde sagen, es ist eine großartige Story. Sehr realistische Story. Echte Probleme. Nur halt in ein Horrorspiel gepackt. Ja, wenn es dir am besten gefällt, dann ist es einfach die Matrix, die von einem Schieber kontrolliert wird. Yep, yep, yep. No. Dankeschön fürs Zuschauen. Morgen Abend ist auch wieder Horror, aber ich bin nicht selber live, sondern ich bin bei Layla the Lilith live. Und wir spielen Content Warning. Das ist aber ein lustiges Horrorspiel. Aber ich bin wahrscheinlich mittags da und Shiny-Hunte. Vielen Dank fürs Dasein. Und einen wunderschönen Abend, Nacht, guten Morgen. Auf Wiedersehen. Einen schönen Abend. zombie Untertitelung des ZDF, 2020